herzlich willkommen beim eintracht frankfurt podcast ausgabe nummer 487 mein name ist rené außerdem heute mit dabei der duke ja servus hallo und der marvin hallo ja und vielleicht haben wir noch eine kleine restschoss das nachher der basti auch noch hier vorbeischaut dann können wir auch noch mal dessen meinung zu dem einen oder anderen thema abgreifen bevor wir gleich zu meinungen rund um das köln spielen kommt müssen wir natürlich am anfang wie immer mit ein bisschen housekeeping rein starten und diesmal starten wir nicht mit dem klassischen wir wollen support von euch nein diesmal starten wir damit dass wir auch hier live in der sendung noch mal dem marvin nachträglich zum geburtstag gratuliert hat gestern einen angenehmen tag erlebt mit einem lebensjahr mehr und ja wenn ihr da draußen im lieben marvin noch nicht gratuliert hat dann ist eure aufgabe jetzt hier anzuhalten entweder auf twitter marv 2.0 zu gehen oder in die youtube kommentare ganz viele glückwünsche an den marvin reinzuschreiben genau das ist teil eins des housekeeping und teil zwei da geht nämlich dank raus diese woche stellvertretend an die nicole und den christian die machen nämlich hier fleißig mit und supporten uns damit wir hier auch woche für woche uns wieder wunderbar über vr entscheidungen nicht gegebene tore gegebene tore whatever aufregen können oder uns heute vielleicht ein bisschen auf die champions league einstimmen mal gucken was so die überhand gewinnen wird wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei und dann findet ihr dort alle möglichkeiten wie ihr uns supporten könnt und wir sagen schon mal vielen vielen dank an dieser stelle so und genau da wo wir jetzt eigentlich zur auflösung der dummschwätzer der woche abfrage von vor zwei wochen kommen wollen ist der liebe marvin gerade eben mal kurz nicht greifbar von daher perfektes timing würde ich sagen machen wir das jetzt einfach ohne er kann aber trotzdem gleich noch kurz ergänzen wir hatten euch vor zwei wochen war das schon gefragt wer ist denn für euch der dummschwätzer der woche erinnert euch vielleicht noch das war was war das denn oder was war der der ach genau das war hilf mir doch was willst du denn wissen oder was war denn nochmal die gründe warum wir sie alle nominiert hatten ich weiß es schon gar nicht mehr gab gab viele gründe es waren unter anderem die in der also die leute die nominiert wurden haben ja mit den vier buchstaben was zu tun und dementsprechend ja die äußerungen die da gefallen sind waren doch wieder mal unschlagbar und dementsprechend zu recht die kategorie zumindest mal für diesen spieltag zurück ja genau das war jetzt kommt es mir wieder ich hatte schon wieder verdrängt weil es so absurd war hatte ich schon wieder vergessen das war diese ganze thematik rund um dieses hymnen auspfeifen dies das ananas gedönstigen da war es wieder entschuldigt wieder für diesen kurzfristigen gehirnaussetzer es ist einfach viel zu warm hier an dieser stelle genau und da gab es ja verschiedene menschen die sich dort geäußert haben oder die halt auch aus unserer sicht nicht so ganz unbeteiligt waren wir hatten ja drei nominierte und ich gehe sie jetzt mal der reihe nach durch beziehungsweise die platzierung von hinten nach vorne wie man das klassischerweise macht es gibt keinen dritten platz dafür gibt es zwei zweite plätze nämlich mit jeweils 16,7 prozent einmal die frau sickenberger die war ja die eine redakteurin von der bild und aus meiner sicht oder von mir nominiert der dfl weil man halt einfach so einen schwachsinn nicht macht und natürlich ganz klar der gewinner von euch da draußen und wie konnte es anders da sein natürlich der all time favorite wenn es um den dummschwitzer der woche geht unser lieber alfred traxler hat hier wieder mit eben genannten 66,7 prozent abgeräumt herzlichen glückwunsch der erste dummschwitzer der woche für die saison 22 23 ich würde sagen das ist auf jeden fall eine kleine runde applaus wert da könnt ihr jetzt mal alle an euren hörgeräten oder da wo ihr gerade podcast hört einfach mal applaudieren ein schmähsam applaus hat er auf jeden fall verdient ich wage jetzt mal die steile these es könnte nicht das letzte mal sein dass er hier in solch einer rubrik genannt wird ich befürchte da gibt es noch durchaus gelegenheiten na gut lasst uns zu mehr tagesaktuellen dingen kommen und da müssen wir natürlich ganz aktuell hier sprechen über das spiel der eintracht am vergangenen sonntag gegen den ersten fc köln ich war so ein bisschen irritiert und dann irritiert nicht sondern überrascht dass glasner dann doch in dem spiel den weg auf die viererkette gefunden hat ähm und anscheinend waren ja auch die akteure an dieser stelle so ein bisschen naja ich weiß nicht ob überrascht das richtige wort ist aber sagen wir mal sie waren auf ungewohnter position unterwegs weil wir hatten ja durch den ausfall von touré und der noch aus dem noch ausfall von buta auf der rechtsverteidiger position nicht unbedingt so ideale wahl aber er ist dann trotzdem auf die viererkette gegangen pellegrini gibt seinen eintracht debüt und auf der rechtsverteidiger position christian jakic also ich war tatsächlich überrascht ähm wenn auch ich die die herangehensweise verstehe zu sagen okay man will defensiv stabil stehen gerade auch nach dem spielen davor und man muss auch sagen jakic hat das nicht so schlecht gemacht aber trotzdem erwartet hätte ich es an der stelle nicht was war denn so euer gedanke als ihr die aufstellung gesehen habt marmin ja ich war sehr überrascht weil ich in der allerersten aufstellung sogar noch gesehen habe dass so in der innenverteidigung spielen soll da war ich ein bisschen überrascht stimmt das hat mich auch gewundert die erste aufstellung die ähm von der eintracht selbst auf deren webseite beziehungsweise in der eintracht app zu sehen war da war dann eine dreierkette mit so in der mitte okay das wäre dann sehr absurd gewesen natürlich kam es dann nicht so aber auch die viererkette hat für einiges aufsehen gesorgt aber ich muss sagen ähm na klar auf der rechten verteidiger position haben wir dadurch äh dass wir nicht die absolute a lösung da haben durchaus unsere schwierigkeiten und mussten überlegen natürlich wäre ein gender eine möglichkeit gewesen ein toré ist jetzt erstmal für längere zeit verletzt ähm du könntest einige von vorne nach hinten ziehen hast aber dich dann dazu entschieden halt mit ähm dem guten jakic auf der rechtsverteidiger position zu fahren und das ist gegen einen ich will mal sagen mäßigen gegner an diesem tag durchaus okay gelungen zumindest defensiv und du hattest mit pellegrini als ähm ein mensch auf der linken seite halt jemand der sehr sehr gut performt hat ich beide finde beide haben es gut gemacht und du hast dein minimal ziel zumindest erstmal erreicht und zwar mehr stabilität in die defensive zu bekommen auch ein ding ja wobei ich mir dann auch so ein bisschen die frage gestellt habe ähm muss man das gegen köln also ich hatte jetzt nicht das gefühl und auch nicht die erwartungshaltung vor dem spiel dass wir jetzt bei köln die ja auch gerade dann noch zwischen den beiden äh playoff spielen für die conference league dann diesen bundesligaspieltag haben ähm war jetzt nicht meine erwartungshaltung dass wir da jetzt großartig gegen eine sehr aktive defensive äh arbeiten müssen von daher hat mich die dann doch sehr oder doch stärker defensiv orientierte ausstellung schon ein bisschen irritiert weil ich eigentlich gedacht hätte okay wäre so ein klassisches ding wo ich ähm ein bisschen mehr fokus auf die offensive ähm gesetzt hätte denn das was was ist denn so deine meinung ich verstehe deinen punkt ich muss aber sagen genau ähm was wir in den vorherigen spielen gesehen haben die defensive hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert und ähm da finde ich schon dann taktisch gar nicht dumm auch eine mannschaft zu nehmen die dich vielleicht äh ja auf dem papier oder von der vorherigen erfahrung nicht unbedingt mega fordert in der defensive hier zumindest man versucht das system einzuspielen ich finde aber viel viel ähm ja problematischer an der ganzen situation dass du mittlerweile gezwungen bist dass diese ich hasse es wenn spieler die eigentlich auf den positionen nicht zu hause sind umfunktioniert werden es hat jetzt ganz okay funktioniert mit dem jahr catch jetzt musst du aber sagen wir sind ja auf der sechser position jetzt auch nicht unbedingt mit äh ja defensiven mittelfeldspielern äh so sehr gesegnet dass wir in jahr catch locker auf den verzichten können sagen ach jetzt spielt er halt immer rechts äh so gut hat er mir dann auch nicht gefallen ihr habt ihr jetzt schon die punkte angesprochen defensiv war das ganz ordentlich du hast stabiler gestanden das stimmt aber nach vorne ist natürlich ähm nicht der anspruch den ich ja an an den rechtsverteidiger dann gerade auch in so einem system habe und deshalb ich bin es nicht ganz fisch nicht ganz fleisch ähm es war okay es ist definitiv etwas gelungen marvin hat so schön gesagt ein erster schritt in eine richtung wir müssen defensiv besser stehen das war definitiv so ähm ja mal schauen was da noch kommt aber schon ist schon hat mich sehr überrascht auch um da die frage von dir noch mal zu ähm einzuholen ich hätte tatsächlich eher mit chandler gerechnet als dann ein jahr catch auf rechts aber gut war das gerade eben schon die sechser position angesprochen es gab ja auch im vorfeld so ein bisschen äh die fragestellung wer dann da spielt weil kamada war ja auch nicht klar weil der wohl auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war wie fit er tatsächlich ist ob er spielen kann oder nicht wir sind ja dann in die in die start elf gegangen mit rode und so was ja auch tendenziell eher ein bisschen defensiver ausgerichtet ist also du hattest halt einfach äh fünf von ähm äh von den nein sechs von zehn ich kann schon nicht mehr rechnen sechs von den zehn feldspielern waren halt eigentlich eher so ein bisschen defensiver ausgerichtet ähm vermute mal dass einfach da auch die erwartungshaltung war dass wenn im zweifelsfall bei köln was passiert auch mehr über die mitte geht und weniger über die außen und man vielleicht da auch die räume ein bisschen eng machen will ähm ich war wie gesagt ein bisschen irritiert zum einen wegen der aufstellung zum anderen weil ich es doch ein bisschen arg defensiv fand wobei der eintracht ja durchaus in dem spiel ganz gut angefangen hat ich meine die die chance von lindström wo er sich dann äh bis in den strafraum durch tankt die war ja so in den ersten fünf minuten und wenn der rückpass auf den eigenen mann dann ein bisschen cleverer gewesen wäre oder wenn er vielleicht einfach mal versucht hätte auf den kurzen pfosten zu spielen in der hoffnung dass dann in dem moment einfach der kölner torwart noch nicht so ganz aufmerksam ist dann hätte da vielleicht auch was draus werden können aber zumindest am anfang war die eintracht sehr bemüht und es hat ein bisschen gedauert bis köln so ins spiel gekommen ist und danach war das eher so ein so ein dahin plätschern also so wirklich viele offensiv aktionen weder auf unserer seite noch auf der köln seite gab es da nicht so wirklich in der in der ersten hälfte oder das ist das ist das kernproblem des ganzen also so gut wir so akzeptabel wir in der defensive standen genau fand ich war vollkommen in ordnung aber die problematik hat sich halt einfach wirklich in der offensive diesem ergeben das war durchaus ein bisschen überraschend denn die leute kennen sich natürlich noch nicht alle so hundertprozentig das kann ich nachvollziehen aber es ist halt schon so dass man auch oder gerade gegen einen solchen gegner offensiv anders und zu werke gehen muss da gibt es halt nix weil der gegner war auch nicht unfassbar motiviert die haben zwei wesentlich wichtige spieler eins schon verloren und das nächste kommt jetzt diese woche ja wo sie eigentlich hundertprozentig performen müssen weil wenn das in die binsen geht ist die ganze saison schon ein bisschen für den arsch dann ist der ganze europa cup kennen wir ja auch am seidenen faden der da hängt der wäre dann weg und dann ist das eigentlich für die ganz cool gewesen zu sagen ja kommen wir einen punkt den wollen wir mitnehmen blamieren wir uns nicht und dann geht es weiter und da finde ich es natürlich ein bisschen schade dass die eintracht offensiv kaum stattgefunden hat Ja bin ich voll bei dir Marvin das Problem war auch dass du ja die letzten Pässe sowieso nicht gefunden hast aber generell hat mir das auftreten was wir vorher ja immer gelobt haben weil es war ja eigentlich das Problem war die Defensive ja jetzt hast du irgendwie eine Situation gefunden dass du in der Defensive besser gestanden hast vorne hat es mir aber wirklich auch nicht gefallen du hast zu wenig gemacht aus den ja nicht vielen Räumen Marvin du hast richtig angesprochen auch Köln war hier nicht drauf aus uns große Räume zu bieten was aber ja von vornherein klar war also es war von vornherein ja eigentlich klar dass Köln eher mit der Devise in das Spiel reingeht lieber ein Punkt als kein Punkt ja wie Marvin ja gesagt hat die stehen zwischen den beiden wichtigen Spielen denen war klar oder eigentlich war allen Beteiligten klar die werden jetzt nicht all in gehen sondern die werden auch versuchen erstmal tief zu stehen vielleicht über Konter das eine oder andere zu machen und dann passt das halt für mich nicht zusammen mit dem was man ja bei der Kader Zusammenstellung gesagt hat was ja auch Krösche immer wieder erwähnt hat man möchte auch in dieser Saison Lösungen finden gegen tiefstehende Gegner jetzt hattest du so einen Gegner und man hat jetzt aus meiner Sicht da zu wenig Lösungen gefunden das muss man natürlich auf der anderen Seite sagen es ist jetzt der dritte Spieltag wie Marvin gesagt hat man hat jetzt vielleicht auch noch nicht so viel in dieser Konstellation zusammen gespielt das muss ich jetzt auch alles irgendwie noch ein bisschen ergeben und Testspiele sind immer was anderes als dann wirkliche Wettbewerbsspiele alles fein aber trotzdem für den Maßstab den man sich da selbst gegeben hat war da einfach für mich zu wenig zu sehen da hat man zu wenig aus den wenigen Chancen die man hatte dann am Ende des Tages rausgeholt ja du musst einfach mehr Chancen kreieren du musst auch den Ball manchmal versuchen dich ins Tor zu tragen das nervt dann halt du hast immer wieder Möglichkeiten die du dir nehmen kannst wenn du halt früher mal abschließt und da waren ein paar Dinger dabei die mir auch nicht gefallen haben es ist aber zumindest so dass ich in der zweiten Halbzeit noch mal neuen Druck gespürt habe da ist die Eintracht dann auch zu Recht in Führung gegangen und das der Punkt wäre halt gewesen dass du halt sagst okay jetzt halten wir das Ergebnis oder bauen das eher noch aus und nicht ein paar Minuten später dann wieder in ein 1 zu 1 rutscht und das ist halt das Ärgerliche die Eintrachten muss sich trotzdem auf jeden Fall in die eigene Nase fassen weil sie einfach mehr Chancen kreieren müssen und das ist auch das was ich auch immer wieder sage natürlich können wir auch jetzt hier wieder groß über den VAR sprechen aber ja machen wir gleich noch Spiel gegen Kölner die nicht so 100% motiviert sind ich finde Köln ist ein geiler Klub das haben wir schon oft hier gesagt die kommen mit Fans an die haben Bock da ist ein bisschen was da und das ist auch keine schlechte Mannschaft die haben einen ordentlichen Trainer der stellt die gut ein das ist alles super trotzdem war das nicht das Peak Köln was man erwarten kann auch mit einem Fehlen von Modest logischerweise der jetzt zu Dortmund gewechselt ist da noch nicht hundertprozentig zündet aber das müssen die auch erstmal kompensieren die sind gefährliche Spiele ein Lubitschitz ist ein toller Spieler gibt noch einige weiter aber die Eintracht muss da zu Hause auch endlich mal wieder ein Signal setzen denn wir wissen alle wie lang die Eintracht nicht mehr gewonnen hat und gegen einen Gegner wie Köln wäre das an dem Sonntag einfach möglich gewesen ja das stimmt da gebe ich dir vollkommen recht ja zweite Halbzeit definitiv ein bisschen besser dann auch mit den Wechseln Knauf kam Rode Kamada für Lindström dann war auf jeden Fall ein bisschen mehr Zug zum Tor drin Kamada trifft halt auch wieder in der Bundesliga ich glaube wir haben zu oft über ihn gemeckert dass er jetzt trifft soll mir komplett recht sein holt den Freistoß selbst raus zieht das Ding eng vor die Kiste der wird dann noch so ein bisschen unglücklich vom Kölner Spieler nach hinten verlängert so dass Schwebe da nicht rankommt ein absolut verdientes Tor und wie du schon sagst Marvin danach machen wir halt zu wenig draus anstatt dann entweder halt einfach zu sagen okay wir verteidigen jetzt clever hinten raus oder wir gehen halt direkt auf das 2-0 lassen wir dann wieder so eine blöde Aktion da entstehen kriegen den Ball nicht richtig raus und dann man kann halt sagen was man will aber der Schuss von Thielmann der war halt schon einfach Bombe wie er das Ding da trifft Ja aber das passiert halt so ein Tor kannst du auch bekommen und Köln macht also natürlich blöd geklärt mitten reingeköpfter ich weiß gar nicht Knauf was glaube ich in der Situation ist natürlich nicht abgeklärt aber das passiert aber das ändert ja nichts an der Situation wie er sagt du musst vorne deine Chancen besser ausspielen dann kannst du auch hinten mal ein Tor fangen das interessiert dann keinen so ist es super ärgerlich dass wir dann noch über diese also Situation mit dem Video Referee schon widersprechen müssen wieder in der Situation wo ich nicht ja könnte ich mich jetzt schon wieder stundenlang aufregen will ich eigentlich heute gar nicht dementsprechend das Positive aus diesem ganzen Teil war eigentlich dass wir gesehen haben dass die Wechsel eine Reaktion auch nach vorne hin bewirkt haben und dass ein Kamada auch wo wir lange Zeit gesagt haben Kamada ist kein Einwechselspieler das hier auch nochmal gezeigt hat er hat schönen neuen Schwung reingebracht hat schön reingezogen hat die Verantwortung auch ihr habt es richtig gesagt Freistoß selbst rausgeholt Freistoß dann verwandelt war mit ein bisschen Glück ich glaube Hector war ja da noch dran Minimalfälle hat dann ja Das sind alles Punkte es ärgert mich du müsstest normalerweise gar nicht dann drüber sprechen mit dem Video Schiedsrichter und so weiter wenn du einfach generell mehr Potenzial aus deiner Mannschaft raus kitzeln würdest momentan es funktioniert alles noch nicht so hundertprozentig und dementsprechend müssen wir heute jetzt wieder drüber diskutieren 1-1 natürlich zu wenig auf der anderen Seite so ein Tor kannst du halt immer mal bekommen Ja klar du kannst dieses Tor kassieren und du kannst auch unentschieden gegen Köln spielen und das war ja auch das was ich schon in der letzten Woche als wir Ausblick gemacht haben erwartet habe dass es am Ende ein unentschieden wird alles fein Und wir haben jetzt auch das Spiel auch genauso wie gegen die Hertha jetzt nicht verloren allein wegen der VAR Entscheidung sondern auch weil wir zu wenig aus unseren Aktionen gemacht haben weil wir uns halt eben dieses Tor haben irgendwie dann wieder aufzwängen lassen weil wir da nicht clever genug waren Alles am Ende fein was halt einfach stört ist dieser dieser Verlauf dieser ganzen 90 Minuten und diese Entstehungsgeschichte das ist einfach so ein bisschen nervig ich weiß es jetzt jammern auf hohem Niveau weil wie gesagt dritter Spieltag und alles noch irgendwie fein Aber ja ich weiß nicht als ich den Kader am Anfang der Saison gesehen habe und gesehen habe wie wenn die Saison rein starten und mit welcher Euphorie wir aus der letzten Saison rausgegangen sind dann war zumindest meine Erwartungshaltung ein Ticken höher aber vielleicht ist es auch mein persönliches Problem dass ich die Fallhöhe einfach künstlich erhöht habe für mich Naja die Sache ist das ist doch vollkommen okay das ist ja vollkommen okay dass du dann andere Erwartungen hast ich glaube es gibt einfach verschiedene Herzen unserer Brust und auf der einen Seite ist es so dass wir das auch vollkommen zurecht das Team abwarten hier auch auf jeden Fall unterstützen denn natürlich ist es so ein Team muss ich wieder neu finden auf der anderen Seite gibt es aber durchaus auch so Gefühle dass man sagt okay das müsste doch jetzt schon besser zusammengewachsen sein wir haben aber viele Aspekte die natürlich dagegen wirken immer wieder jetzt auch ein bisschen Unruhe wir reden gleich über potenzielle weitere Transfers Kostic ist wettgegangen dann müssen wir uns erstmal überlegen was machen wir mit der Aufstellung dann haben wir eben schon benannt die Rechtsverteidigerposition das kann man mal auch klar sagen ist eine offene Flanke das ist nicht optimal gearbeitet oder es ist halt nicht sinniert worden das kann ja auch sein das kann ja schon sein dass du gedacht hast okay in Kostic geben wir gar nicht ab okay dann stellt sich nämlich natürlich die Rechtsverteidigerfrage dann aber nicht in dem Sinne weil wir dann überhaupt auch nicht in die Viererkette rutschen sondern weiter in dieser in diesem Dreierabwehrkonzept spielen naja gut man muss auch dazu sagen dass diese Verletzung von Touré man muss immer davon rechnen dass sich jemand verletzt aber diese auch dieser lange Verletzungsausfall von Touré der war man natürlich auch nicht eingepreist man hätte auch solide sagen können okay die ersten Spiele machen wir wenn wir Viererkette spielen mit einem Touré da hinten wir haben Chandler als ein Backup und Buta ist dann irgendwann so ab September Oktober wieder fit und dann ist das auch das was wir wollen dass natürlich Touré jetzt bis 23 ausfällt das war jetzt nicht auf dem Zettel ja das ist es halt ne und da hast du vollkommen recht abgesehen davon hättest du auch da nochmal in der Innenverteidigung nochmal was nachschießen können müssen es ist ja noch nicht zu spät aber darüber können wir ja gleich sprechen aber wenn wir jetzt in Sachen Erwartungshaltung dann ist es natürlich aber auch klar dass wir natürlich auch ein bisschen sauer sind wenn wir sehen dass wir gegen Hertha nur einen Punkt holen und jetzt auch wieder nur einen Punkt und zwar beides mit schiedsrichtiger Situation zusammenhängt und da muss ich euch fragen das will ich mal weitergeben weil mich ärgert natürlich die konkrete Situation aber was mich eigentlich viel mehr ärgert ist dass nicht verglichen wird mit den Situationen also mein Pain an dieser ganzen Situation ist dass auf der einen Seite Salazar das Tor aberkannt bekommt und da gegen Köln zählt oder für Köln zählt das Tor am Sonntag ganz ähnliche Situation und selbst die Kölner sagen wir hätten uns nicht beschweren können hätten die das Tor abgefiffen das wäre okay wenn du es stringent machst lässt du diese Tore immer weiterlaufen dann lässt du es immer weiterlaufen pfeifst du einen Elfmeter wie gegen die Hertha einfach nicht dann pfeifst du einen Elfmeter wie gegen die Hertha einfach nicht und dann muss es aber diese Konsequenz gleichlaufen aber die Fallhöhe beziehungsweise die Streuung dass das Ergebnis doch wieder ganz anders ist das ist das was mich ärgert und da hadere ich trotz der Tatsache dass die Eintracht immer mehr hätte leisten müssen auch um regulär zu drei Punkten trotzdem zu kommen aber wir wissen alle wie es in Nuancen ist und manchmal entscheiden auch Nuancen den Weg zum Glück und das ist bislang noch nicht der Fall. Ja also ich stimme dir dazu was mich halt wirklich auch an dieser ganzen Thematik Änder ärgert ist klar kann ich und das kennt man aus der Vergangenheit wenn ein Schiedsrichter auf dem Platz was entscheidet dann hat man immer diesen Punkt Glück hat das jetzt gesehen hat das nicht gesehen wie war das Stellungsspiel wie beurteilt er vielleicht aufgrund von seiner Erfahrung auf die Situation da kann es mal für einen mal gegen einen ausgehen. Wenn man aber dieses Medium das Video Assistant Referee hat der immer mit der Prämisse kam man will den Sport gerechter machen und man hat diese Vergleichsmöglichkeiten und es ist trotzdem keine stringente Linie wie du sagst drin und mal wird so entschieden und mal so obwohl man ja jetzt die Möglichkeiten hätte. Und ich dann zusätzlich auch noch das Gefühl habe dass man sich zu sehr auf dieses Medium verlässt ja Schiedsrichter die eine gewisse Erfahrung haben weil sie lange Schiedsrichter sind aufgrund von irgendwelchen Altersgrenzen die man sich selbst ausgedacht hat irgendwie aus diesem Job raus drängt. Und dafür andere die vielleicht noch nicht diese Erfahrung haben die sich dann wahrscheinlich auch zum gewissen Grad einfach zu sehr auf dieses Thema verlassen dann da auch irgendwie so ein bisschen den Bock zum Gärtner macht dann nimmt mir das einfach sehr extrem die Freude an diesem Sport. Und Marvin du hast es genau richtig gesagt hätte man diesen Elfmeter gegen Hertha nicht gepfiffen wäre es fein gewesen. Ja hätte man das Tor jetzt einfach aufgrund des Linienrichters wenn der einfach gesagt hätte ey der steht der Abseitsfahne hoch nicht gegeben alles fein hätte sich kein Kölner beschwert. Und was man ja auch immer wieder hört ist ja dass auch beide Kurven wenn solche Überprüfungsaktionen über gefühlt 843 Minuten sind beide Fanlager extrem dagegen sind und man hält halt trotzdem in dieser Konstellation fest und versucht es dann im Nachhinein letzten Spieltag diesen Spieltag mit irgendwelchen Argumenten. Ja das Ding mit Schalke wäre ja nicht vergleichbar weil der wäre ja viel näher am Schiedsrichter dran gewesen. Ja müssen wir jetzt noch das Zentimetermaß rausholen ob der jetzt 2,80 Meter oder 2,82 Meter am Torwart dran steht. Also auch irgendwann ist es einfach auch mal wieder genug. Ich habe keine Lust mehr. Ja völlig nachvollziehbar. Helft mir aber doch mal mit der Argumentation was ist der letzte offizielle Punkt dazu gewesen dass diese Treffer jetzt doch so gezählt hat weil wenn du es dir so schaust also war das jetzt wieder Tatsachenentscheidung und Tatsache der Schiedsrichter hat in dem Moment gedacht Trapp wird nicht behindert dadurch oder der Spieler steht zusätzlich nicht im Abseits und dementsprechend revidiert er nicht. Er steht schon im Abseits aber so wie ich das verstanden habe ist er nicht genauso wenig wie in der letzten Woche der Torwart nicht ursächlich für den Fall war war in dem Fall der Kölner Spieler nicht ursächlich für die Sichtbehinderung sondern das waren die eigenen Spieler. Und er hätte auch keine Bewegung gemacht die ersichtlich ist dass er da jetzt irgendwie aktiv eingreift und ich glaube die dritte Begründung so hatte ich das verstanden war halt einfach nach dem Motto er wäre er wäre ja nicht dicht genug dran gewesen um jetzt auch irgendwie Trapp in seinem Bewegungs oder in seiner Abwehrreaktion einzuschränken. Das waren so die drei Begründungen die ich verstanden habe ganz ehrlich der Ball geht halt einfach anderthalb Zentimeter an seinem Bein vorbei. Ja und er stand halt definitiv im Abseits also noch mehr irgendwie eingreifen kannst du halt aus meiner Sicht nicht ja und dass dann vielleicht auch der Torwart in dem Moment nicht 100 Prozent reagiert weil als erfahrener Bundesliga Torwart weißt du ja auch wann ein Spieler im Abseits steht. Und du dich dann halt auch vielleicht so ein Stück weit drauf verlässt genauso wie wir in letzter Woche gegen Hertha die Thematik hatten dann wird das Spiel abgefiffen obwohl ein Bore schon wieder auf dem Bein war dann wirst du auf der einen Seite wird dir eine Torchance oder Aktion genommen und auf der anderen Seite wird halt auch vielleicht ein erfahrener Spieler dann da auch irgendwie schon davon beeinflusst weil er weiß dass der Spieler im Abseits steht und es wird halt nicht berücksichtigt. Ja das ist halt wie gesagt einfach ein Problem und wie gesagt wenn du auch siehst dass die Kölner jetzt geht nicht um Schuldeingeständnis oder so aber auch selber sagen naja wir hätten uns nicht beschweren dürfen wäre das doch nicht gegeben worden das spricht ja schon irgendwie auch eine deutliche Sprache wie gesagt mir wäre es einfach nur immens wichtig wenn hier eine Klarheit und auch dementsprechend eine klare Linie gefahren würde weil das andere sorgt im Endeffekt dafür für Punkteverschiebungen die halt problematisch sind. Und noch trifft es uns nicht und wir werden die 40 Punkte auch logischerweise lege ich mich jetzt hier fest auch in dieser Saison ordentlich und relaxed holen vielleicht nicht ganz so relaxed mal gucken wie die Saison noch läuft aber das kriegen wir hin aber sowas würde uns halt auch im Kampf wenn wir dann doch mehr wollen als nur vor 40 Punkte lässt uns das nach hinten fallen. Das ist das ja stimmt. Ich habe mal davon abgesehen dass es halt einfach fürchterlich nervig ist wenn du jedes Wochenende erneut mehrere Minuten Unterbrechung hast weil sie dann schon irgendwie zu zweit zu dritt zu viert zu fünft vor dem Monitor stehen und sich nicht einigen können ob man nach drei Minuten jetzt sagen kann war das jetzt irgendwie ein aktives eingreifen oder nicht. Ja wenn er es nicht sagen könnte dann kann es auch nicht komplett falsch gewesen sein. Ja das ist aber jetzt wieder die Geschichte was wir letzte Woche schon gesagt haben Tatsachenentscheidung überstimmst du wie auch immer das ist halt ist eine schwierige Nummer aber ich hoffe dass wir nicht mehr uns zu oft darüber ärgern müssen einfach konsequent vorne mehr Tore machen hinten weniger fangen. Und da sind wir ja jetzt bei einem positiven Aspekt nochmal den ich gerne noch mit aufnehmen würde Pellegrini hat mir hinten gut gefallen hat sich gut eingebunden sofort funktioniert genial und vorne auch ein Götze hat wieder mehr am Spiel teilgenommen hat wieder mehr Aktionen gehabt. Das waren so Lichtblicke wo ich sage ja klar Moani war auch wieder ordentlich also das ist wir dürfen jetzt nicht alles schwarz sehen und hoffentlich müssen wir nicht mehr so oft darüber diskutieren das mit dem Videoschiedsrichter ich glaube und Marvin da bin ich voll bei dir solange diese Linie auch nicht klar ist werden sich auch andere Vereine wenn um Punkte beschissen hin und her und dann hoffentlich gleicht es sich dann darüber wieder aus aber das ist einfach nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit gewesen. Also es macht ja trotzdem den Sport den Wettbewerb nicht interessanter oder auch nicht fairer was ja eigentlich dadurch passieren sollte das sollte ja eigentlich dazu führen dass es keine Diskussion mehr gibt wenn ich jetzt hier gucke zwei Wochen hintereinander und wir regen uns nur oder regen uns nur wir regen uns eher über diese Entscheidung. Die Kölner wie oft die Kölner wie oft die sich in der letzten Saison über den VAR aufgeregt haben also ja das ist ja jetzt nicht die erste Saison sondern das Ding gibt es jetzt offiziell in der Bundesliga seit fünf Jahren und es ist nicht so wirklich da angekommen wo es vielleicht vor fünf Jahren mal hin wollte. Aber gut kann sich ja noch einiges tun ich bin da voll bei euch beiden ich denke mal du vertrittst die gleiche Meinung wie Marvin hier muss einfach klarer festgelegt werden in welchen Situationen soll sowas passieren. Dann müssen bessere Schulungen her wenn die Leute wirklich keine Ahnung haben und das wirkt ja jedes Mal als würden die alles individuell nur jetzt betrachten wir gucken uns die Bilder und dann dauert es wieder fünf Minuten es muss mehr Automatismen müssen rein es scheint wirklich hier ja da ist noch viel Arbeit zu machen auf jeden Fall. Ja also auch im Sinne der Schiedsrichter muss das für die ja auch besser werden weil die werden ja dann jedes Wochenende aufs Neue wird ein anderer Schiedsrichter ja dann auch so ein Stück weit dann da irgendwie in die Schusslinie gestellt wo er vielleicht auch in dem Moment gar nichts kann weil wie gesagt ihm die Erfahrung fehlt oder irgendwas also es macht ja halt auch so einfach keinen Sinn ist ja auch für die Schiedsrichter dann am Ende des Tages doof. Stimmt bin ich bei dir. Aber gut am Ende 1-1 Punkteteilung kann man glaube ich durchaus erstmal okay hinnehmen ist der dritte Spieltag für Marvins gesteckte 40 Punkte Marke haben wir jetzt schon zwei Punkte es fehlen noch 38 gegen den Abstieg. Zwei mehr als Leverkusen. Ja siehst du ist positive Dinge rausziehen. Genau und wie ihr ja auch gesagt habt da war ja jetzt auch schon ein bisschen ja Unsicherheit drin anderes Spielsystem andere Spieler und diese Thematik der Unsicherheit die scheint jetzt auch ein bisschen weiter zu gehen. Marvin hat es gerade eben schon angedeutet es könnte auch noch der ein oder andere Spieler gehen und da tauchte jetzt in den letzten 48 Stunden eine ja ich weiß nicht ist es Gerücht oder ist es eine eine ja Tatsachenthematik die mich so ein bisschen out of the blue wie man so schön sagt erwischt hat. Nämlich Manchester United scheint ganz offensichtlich zumindest mit dem Berater von Kevin Trapp gesprochen zu haben und man hat sich da auf irgendwie etwas verständigt und bietet wohl Kevin Trapp oder möchte Kevin Trapp. So habe ich das verstanden einen Vierjahresvertrag anbieten gerüchtet werden irgendwie so Jahresgehalt im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag wenn ich das so richtig verstanden habe also durchaus Geld. Trapp jetzt mit 32 wäre das so der letzte große Vertrag Premier League ist natürlich reizvoll Manchester United jetzt nicht in der Champions League aktuell vertreten aber trotzdem in diesem Fußballbusiness einfach auch noch ein sehr großer Name. Also ich könnte verstehen wenn man sagt okay ein gewisses Interesse ist da bei der Eintracht liegt wohl noch kein offizielles Angebot vor aber ich glaube das ist auch eher noch so eine Frage von ja Stunden bis dann da tatsächlich ein Angebot reinkommt. Also mich hat das so ein bisschen wie gesagt auf dem falschen Fuß erwischt und ich weiß noch nicht so richtig wie ich das einschätzen soll. Helft mir mal ist wie geht es euch so mit diesem mit dieser Thematik. Ja also du hast ja eben schon richtig erwähnt noch gibt es offiziell kein Angebot aber die Gerüchte werden lauter ich muss sagen ich finde das alles höchst absurd höchst absurd bevor wir jetzt auf die möglichen Konsequenzen kommen will ich auch auf mein Gefühl erstmal eingehen. Ja. Das natürlich er Trapp jetzt auch nicht der allerjüngste ist und mit De Gea ist er jetzt auch kein absoluter Fliegenfänger im Tor der übrigens gestern gegen Liverpool beim Sieg von Manu sehr gut performt hat. Also ich weiß um die Schwächen von De Gea und auch die Unzufriedenheit die es zuletzt um ihn gab aber das klärt man normalerweise nicht am 23. August sondern in der Regel sagt man okay das ist mein Sommerziel ich hole einen neuen Keeper mach mir Gedanken. Am 23. August macht man das in der Regel eigentlich nicht insbesondere wenn der Teoriter dann offenbar jetzt ja doch seine Qualität wiederfindet. Also es ist sehr absurd die Informationen und wo sie herkommen irritieren mich darüber hinaus ebenfalls denn ich habe so ein bisschen das Gefühl also irgendwas ist fishy an der ganzen Angelegenheit. Ich verstehe was du meinst. Ja genau weil irgendwas ist fishy und das ist nicht zum ersten Mal. Ich habe jetzt erneut und regelmäßig mitbekommen dass gerade sehr sehr viel Informationsdichte von Sport 1 kommt und auch an einigen Sachen wie West Ham was sich ja auch als ehrlich gesagt absolut nichts herausgestellt hat als West Ham ja schon gefühlt den Vertrag unterschrieben hatte von Kostic und plötzlich wechselt Kostic doch genau zu dem Verein bei dem wir vor drei Monaten schon gesagt haben dass der es wahrscheinlich werden könnte. Also ich habe das Gefühl dass da ich warne davor alles für bare Münze zu nehmen natürlich war die Bild Zeitung da auch involviert aber wir haben auch gesehen bei unserem Neuzugang über den wir gleich sprechen können übrigens noch Junior Ebibe dass auch bei dem sehr sehr viel auch Dreck schon im Vorfeld von der Bild Zeitung irgendwie in den Raum geworfen wurde und wenn ich den heute hier auf dem Platz herumhopsen sehe erkenne ich von diesen Schwierigkeiten in seinem Knie nicht wirklich viel. Also da warne ich nur davor alles für bare Münze zu nehmen und ich habe das Gefühl dass vielleicht vielleicht auch Sport 1 ein bisschen zu gerne die 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 Klickbuttons betätigt sehen will und ich weiß nicht oder oder vielleicht auch Beziehung hat natürlich kann es auch sein dass die alles viel besser wissen als wir alles gut möglich. Aber es kann halt auch sein dass Drittparteien auch mal gezielt Informationen auch dorthin lancieren um die Angebote die ankommenden Angebote für ihre Schützlinge ein wenig besser zu machen würde ich nicht komplett außen vor kehren lassen. Insofern muss ich sagen habe ich so ein bisschen ein Gefühl ich weiß René du willst gleich was sagen aber jetzt muss ich ganz kurz den Monologen fertig machen und warne dementsprechend davor und würde auf der anderen Seite auch sagen der Zeitpunkt und da können wir gleich um die Konsequenzen sprechen ist für die Eintracht natürlich aber allein für dieses Gerücht dramatisch schlecht. Ja vielleicht noch ganz kurz zu dem weil du gesagt hast dass hier diese Thematik von wegen das wirkt so ein bisschen fishy gerade bei englischen Vereinen weil eigentlich in der Vergangenheit oder bisher gerade englische Medien doch immer einen sehr guten Draht auch zu den englischen Fußballvereinen hatten und es halt eigentlich nicht daher kam sondern wie du sagst aus aus deutschen Kreisen plus ja auch den Faktor dass ja auch Grösche durchaus gesagt hat dass die Vertragsverhandlungen mit denen in denen man sich ja mit Kevin Trapp befindet die auch so ein bisschen in Stocken geraten sind also das könnte ja dann auch diese Vermutung die du ja geäußert hast dass da vielleicht der ein oder andere clevere Berater oder in dem Fall der Berater von Kevin Trapp vielleicht versucht hat damit so ein bisschen diese Thematik der Vertragsverlängerung wieder einzuheizen. Und sagen wir mal so sie kommt halt nicht komplett ohne irgendwelche ja sie ist nicht komplett aus der aus der Luft gegriffen so wollte ich das sagen. Aber jetzt will ich gerne nochmal von dir denn das wissen wie du das so einschätzt. Also ihr habt ja Marvin du hast das auch schon sehr gut und René du auch zusammengefasst ich hoffe erstens dass nichts dran ist das Problem ist nur Trapp hat jetzt über viele Spiele wieder gezeigt dass er ein starker ist dass er definitiv eine Mannschaft ja auch als Leader führen kann dass er sehr 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 stark auch gegen internationale Klubs gehalten hat. Also man merkt auch im letzten Spiel jetzt gegen Köln es waren ein paar Situationen dabei wo ich froh war dass ein Trapp im Tor steht einfach weil er eine Ruhe und auch mittlerweile mal wieder Bälle hält die du ich sag mal nicht jeder also es ist ein guter Torwart ja aber eben den musst du dann auch erst mal so schnell finden. Da sind wir jetzt beim Thema jetzt einen Ersatz dafür zu finden schwierig ansonsten mit dieser ganzen Anheizung mit Gerüchten jetzt siehst du natürlich warum Man United Man United ihr habt es angesprochen Torwart Problem ein bisschen in Anführungszeichen dazu noch die reagieren ja auf dem Transfermarkt wie Harakiri. Die haben jetzt für Spieler ich habe gesehen da mal 70 Millionen da mal 50 Millionen oh wir müssen noch schnell einen Innenverteidiger holen wo kramen wir noch ein bisschen Geld raus dass dann natürlich schnell auch Medien vielleicht mal sagen ah da könnten wir uns auch mal ein bisschen mit drauf stürzen. Und vielleicht ist da nicht ganz so viel dahinter aber das gibt auf jeden Fall ordentlich Klicks mal wenn du hast eben schon angesprochen die eben nicht ganz sauber arbeiten die dann sagen. Mensch das sieht doch sehr danach aus dass die vielleicht auch nach dem Torwart suchen wer könnte denn und dann ist vielleicht Trapp dann auch jemand der eben so gutes Standing hat und das kann ich verstehen weil einfach Trapp mittlerweile auch wieder eine Nummer ist. Definitiv hat er Aufmerksamkeit verdient und hat sie nicht erarbeitet und ja man muss es eher als Kompliment für Kevin Trapp sehen und ich hoffe wirklich dass es an der Stelle wenig wenig Belastbares dazu gibt. Das auf jeden Fall aber ich sag mal David de Heer ist jetzt auch kein schlechter Torwart. Ich meine klar der hat vielleicht dann auch einfach mal so ein bisschen eine Flaute aber der ist halt auch kein schlechter Torwart. Nee natürlich ist er kein schlechter Torwart. Da wird auch nicht rational gehandelt in Manchester im Moment hat man das Gefühl. Ja okay. Ja es ist schon krass also ihr habt es ja vollkommen gesagt ich glaube die Situation haben wir jetzt ausreichend beleuchtet dass de Heer kein schlechter Torwart ist das wissen wir alle. Auch wenn er halt es gab viel Kritik gerade in der letzten Saison wurde dann schon seine ja auch potenzielle Champions League Tauglichkeit erneut ein bisschen abgesprochen. Das war schon auch für ihn eine belastende Situation gerade die Premier League ist auch noch mal ein anderes Haifischbecken. aber Dennis hat es halt auch enorm gut gesagt es ist kein Torhüter aktuell auf einem ähnlichen Aufstiegsniveau wir haben natürlich Neuer der seit Jahren auf einer Topform ist aber Kevin Trapp hat es geschafft sich noch mal neu zu revitalisieren nicht umsonst und das ist ein ganz gewichtiger Punkt jetzt in der Auswahl der Welttorhüter dabei ist. Ja das war sonst immer so immer die einer von den Bayern ein deutscher Torhüter von Bayern ansonsten niemand und Kevin Trapp ist jetzt an diesem Punkt und der hat sich ausgezeichnet an ihm haben wir es zu verdanken dass er den Europa Cup mit geholt hat. Und da ist es natürlich so na klar ist Manchester United interessiert aber ey am 23. August wollt ihr das jetzt mehr klar machen was ist denn los mit euch. und ähm ich warne halt auch davor sollte sich das finalisieren ich glaube weiterhin nicht daran aber sollte sich das finalisieren und da können wir ja gleich auch mal drüber sprechen aber da gebe ich den ersten Input dann ist das auch für die Eintracht als Gesamtverein immens problematisch. äh weil ähm Hinteregger ist weg ähm ist es so dass Kostic weg ist ähm alles verständliche Gründe in jeglicher Hinsicht und auch natürlich die kolportierten roundabout 10 Millionen Gehalt die ein Kevin Trapp dort verdienen würde pro Jahr. natürlich ist das ein Anreiz aber es wäre auch als als Ausdruck auch als Gesicht der Mannschaft des Vereins wären sie im Mensa Verlust. Ja und es ist halt auch einfach die Position wo es halt auch gerade am dramatischsten ist. Ja findest du? Ja auf jeden Fall. Torhüter finde ich schon also wie Marvin schon gesagt hat wir haben den 23. August die Saison läuft seit seit drei Wochen du hast jetzt noch äh lass mich rechnen rund acht Tage Transferfenster ich glaube man hat sich auf vieles auch in der Vorbereitung eingestellt auch mit der Thematik äh Kostic Nika Kamada verlängern sie verlängern sie nicht gibt es Interessenten ja nein wo man vielleicht auch Alternativen hat aber jetzt acht Tage Verschluss mit auch dem durchaus vorherrschenden finanziellen Loch nach zwei Jahren Corona ähm da jetzt einfach einen gleichwertigen Torwart zu finden der halt auch Spielpraxis hat aber du redest ja nicht davon dass du am Anfang der Vorbereitung stehst du nicht jetzt erstmal sechs Wochen Vorbereitung machen kannst sondern die Saison ist am Laufen am Donnerstag ist Champions League Auslosung in zwei Wochen beginnt die Gruppenphase der Champions League da jetzt den Torwart zu wechseln in eine Abwehr wo du ja wie Marvin gerade gesagt hat durch Hinteregger jetzt sowieso ein bisschen eine Position raus hast du weißt nicht was mit Indika in den acht Tagen noch passiert und dann noch irgendwie dann Nummer eins Torhüter auszutauschen. Ich weiß Ramei ist derjenige der da einfach perspektivisch auch hin soll aber dem fehlt halt auch Spielpraxis und alles und das dann auf Champions League Niveau dann da irgendjemanden zu haben um da nicht irgendwie komplett durchgereicht und komplett demotiviert zu sein ist halt schon einfach maximal scheiße. Ich bin da vollkommen bei dir. Sorry Dennis ich muss ihm nochmal zustimmen weil es ist tatsächlich ein Riesenproblem also ich verstehe total ich bin auch sehr gespannt auf deine Perspektive aber nur nochmal zum Verstärken ich finde das kennt ihr ihr kennt mich ich bin natürlich jemand der immer auf Torhüter schaut. Ich bin groß geworden ich bin Eintracht Fan geworden auch weil Köpke im Tor war den ich irgendwie besonders fand und dann ist es natürlich so wenn ein so krasser eigentlich zweiter Nationaltorhüter Deutschlands aktuell da auf dem Platz steht dann gibt mir das Sicherheit und jetzt am 24. 23. nach einem neuen Torhüter zu suchen wenn alles schon abgegrast ist. Wir hätten uns überleg dir mal wer das im Sommer passiert also Anfang des Sommers hätten wir jetzt gesagt okay alles klar alles klar Kevin dann geht es ist okay du bekommst da viel mehr Geld kein Drama dann holen wir uns Stefan Ortega von Arminia Bielefeld der ein super Torhüter ist. Jetzt ist der aber zu ManCity gewechselt und du hast nicht mehr unfassbar viele Optionen deswegen bei mir zittert es aber Dennis oh man ich habe Basti hat mir gerade noch geschrieben deswegen immer diese zwei Sachen tut mir leid. Schöne Grüße übrigens hier an die Runde der Schafzolleute leider nicht hat uns da gerade geschrieben aber ist ja kein Problem wir sind hier auch schön versammelt Dennis wie ist denn dein Tag dazu kannst du mich ein wenig ja wie soll ich sagen mir den Druck rausnehmen. Ich erstmal ich kann euch beide voll und ganz verstehen und nicht die Frage war dann vielleicht falsch formuliert oder mein glaubst du der Torwart prinzipiell diese Torwart Situation und der Zeitpunkt ist total beschissen und da geht ja auch gar nichts und wir würden es definitiv. Ramay hat nicht noch nicht das Niveau finde ich um hier eine Bundesliga und dann auch noch eine Champions League Runde als erster Torwart zu spielen du hättest mehr Zeit gebraucht du hättest früher reagieren müssen bin ich voll bei euch. An sich was ich aber eigentlich sagen wollte war die Torwart Position ist für mich noch etwas dass wenn du genug Vorlaufzeit hast und entsprechend ja auch vorplanen kannst denn mit Ramay hast du jetzt schon mal einen guten zweiten du bräuchtest aber noch jemanden damit du die Leute einfach ranfüllen kannst damit du im Endeffekt hier ja jetzt nicht einen ins kalte Wasser wirfst und der ja geht unter dem ganzen Druck dann unter. Das will ich einfach nicht jetzt ansonsten die Torwart Frage Kevin Trapp am 23. gehen zu lassen auf gar keinen Fall weil du Marvin du hast richtig gesagt der Markt ist abgegrast du hast riesen Probleme so kurzfristig oder du musst das Geld auch wenn du hier die kolportierten 10 Millionen 11 Millionen keine Ahnung was mit dann als Ablöse bekommen sollten dann wird es vielleicht wieder nicht komplett reinvestiert das heißt da musst du dann schon schauen wer steht denn überhaupt zur Verfügung was kannst du investieren und an der Stelle natürlich dann sowas übers Knie gebrochen ist das kann nur in die Hose gehen. Wer sollte da auch realistisch zur Verfügung stehen wie gesagt ist der dritte Bundesligaspieltag ist weg also da wird ja jetzt auch keiner von den anderen Vereinen in der Bundesliga und auch in den anderen Ligen wird ja jetzt auch nicht seine Nummer 1 Torhüter abgeben. Das sind nur die die noch mehr finanzielle Zwänge haben als wir. Ja wenn die finanzielle Zwänge haben aber dann sitzen die halt auch am längeren Hebel und schlagen da auch nochmal irgendwie irgendwas zwischen 50 und 75 Prozent auf weil sie ganz genau wissen im Zweifelsfall haben wir das Problem. So also du bist doch einfach dann auch um einen Ersatz zu finden in einer maximal ungünstigen Position. Auf jeden Fall du bist in der scheiß ungünstigsten Position und das ist natürlich auch so dass ihr habt eben über Ramay gesprochen das ist ein bestimmtes super Talent die ersten Spiele die er dann gemacht hat sahen eher ein bisschen unglücklich aus kann man ja auch mal sagen ist ja auch kein Drama den muss ich aber erst noch finden aber den kannst du jetzt natürlich nicht da reinwerfen und weil es jeder weiß und die Eintracht in drei Wettbewerben unterwegs ist da müsstest du einen Top Torhüter holen. Müsstest du de facto jemanden holen bei dem du sofort sagst das funktioniert und das ist schon schwer genug in einem normalen Sommer und es wird aber nahezu unmöglich in einem Sommer in dem Leute die wie die ein riesen Potenzial haben ebenfalls wie ein Bernd Leno beispielsweise. Bernd Leno spielt aber mittlerweile für Fuller da ist da schon hingewechselt das heißt auch den bekommst du nicht mehr. Und du darfst natürlich auch sagen oder du musst auch sagen es ist auch so dass du nicht so viele absolute Top Torhüter hast. Schau dir an der BVB hat die halbe Schweiz komplett niedergemäht haben nur Schweizer Torhüter gehabt und haben zwei von drei Schweizer Torhütern richtig runtergewirtschaftet. Die sind jetzt alle sonst wo und der eine spielt jetzt in den USA. Die wären vor ein paar Jahren wäre das alles noch eine super Nummer gewesen. Mittlerweile hast du aber wirklich deine Probleme dahingehend dass du kaum einen deutschen auch einen deutschen Schwitzenteuter findest. Da würde ich normalerweise sagen okay der war mal bei uns der Marvin Schwäbe der jetzt bei Köln ist der hat ein riesen Potenzial das wäre jemand. Aber den bekommst du natürlich jetzt auch nicht weil Köln ja auch noch einen internationalen Wettbewerb hat. Also du merkst es ist eine riesen komplexe Situation bei dem wir eigentlich sagen okay klar könnten wir bei Marc Flecken anfragen bei Freiburg niederländischer Nationaltorhüter aber die werden auch sagen ja klar schön dass jemand ankommt. Gut also für 20 Millionen könnt ihr den haben aber die Sache ist ja wir würden auch nie so richtig viel Geld bekommen. Also wir bekommen nicht richtig viel Geld und die Situation ist für jeden Verein um diese Uhrzeit an diesem Tag oder auch noch morgen um diese Uhrzeit richtig beschissen weil dann müssen die ja für eine Nummer eins sorgen. Ja richtig und ganz kurz nochmal einen Punkt den wir hier ja nicht vergessen dürfen wir haben eigentlich keinen Zwang Trab in diesem Sommer zu verkaufen weil er ja noch Vertrag bis 24 hat. Also wenn jetzt Leute dann wieder anfangen mit ja aber du willst vielleicht nochmal eine Ablöse kassieren und Dings also das ist ja der große Unterschied auch zu den anderen Spezialisten die wir hier noch mit Endika und Kamada die ja immer heiß gekocht werden sozusagen. Das ist an sich hier bei Drab eine ganz andere Sache weil er einfach noch ein Jahr länger Vertrag hat gut Torwartwesen man will ja auch Kevin Drab das nicht verbauen wenn er stell dir also ich müsste normalerweise unter normalen Gesichtspunkten wenn ich neutral sehen könnte was ich natürlich als Eintracht-Fan niemals kann. Ja würde ich sagen Mensch der der Kell da kriegt er jetzt mal hier zehn Millionen Dings wird hier kann nochmal vielleicht will er das Premier League ich weiß nicht ob das sein großes Ziel war ich kann ich nicht kann ich nicht einschätzen dafür dafür habe ich jetzt auch zu wenig ja Informationen darüber wo er gern nochmal gespielt hätte bei einem großen Klub aber sicherlich Man United ist ja keine Lachnummer und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen dass das auch für Drab nochmal der nächste große Step wäre. Das ist das ist halt so dieses es wäre jetzt aber zu uns zu dem Zeitpunkt Marvin und René ihr habt es richtig gesagt wir können es eigentlich nicht machen weil das würde uns in wahrscheinlich ein extremes Loch nochmal stürzen in richtige Probleme. Es steht halt zu keinem Verhältnis wir sprechen über eine Ablösesumme von was wird komputiert zehn elf Millionen irgendwie sowas um den Dreh vielleicht auch nur neuneinhalb weil es da wieder irgendwelche Bonuszahlungen oder sonst irgendwas gibt. Ja ich meine ich meine acht acht plus und fünf Boni oder sowas. Ja so und dem gegenüber steht dass du vor einer verdammt schwierigen Situation oder Saison stehst du hast erstmalig in der Eintracht Geschichte an der Champions League Teilnahme du hast sowieso ein wahnsinnig enges Programm wegen dieser Achtung weghören verfickten Winter WM. Ja und dann noch an der Stelle ein Loch zu reißen was dich halt auch auf der anderen Seite dann in potenzielle finanzielle Zwänge führt für eine Ablösesumme die halt überhaupt nicht das rechtfertigt passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und wie du richtig gesagt hast Dennis wir haben halt eigentlich keinen Zwang der hat noch zwei Jahre Vertrag dann kann man da im nächsten Jahr drüber nachdenken vielleicht wenn man den Vertrag nicht verlängert bekommt dann hat man aber genug Vorlaufzeit. Also es macht halt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Ne für die Eintracht macht es wirklich gar keinen Sinn. Ich glaube das können wir hier klar sagen. Es gibt wenig Optionen wir haben es ja eben schon skizziert ein paar würde es mit viel Wohlwollen geben aber die wären alle sauteuer auch kostspielig. Von genau von Flecken über Wladimoros den wir irgendwie von Benfica vielleicht holen könnten der schon immer mal am Eintracht Fokus war aber wie gesagt es ist es wäre komplett schwierig und du weißt nicht ob das sofort klickt. Das muss aber sofort klicken und du verlierst auch ein Gesicht. Ich kann die Kevin Trapp sichtweise in jeder Hinsicht nachvollziehen 10 Millionen pro Jahr und gleichzeitig wir dürfen auch nicht vernachlässigen es ist natürlich trotzdem so Toyota haben eine andere Halbwertszeit. Die ticken anders als Feldspieler weil wir wissen wie viele Top Torhüter mit 38 noch rumwuseln und hat natürlich ein Kevin Trapp noch ein paar Jahre kann man aber auch sagen hätte er nächstes Jahr auch noch. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also ich halte Dian Tramay für einen wahnsinnig talentierten Torwart aber der ist halt erst 20 und wir reden halt auf so einer Position halt eigentlich davon dass so diese Hochzeit irgendwo so zwischen 28 und 34 dann vielleicht ist weil du halt einfach auch viel Erfahrung hast. Und das hat halt Dian Tramay einfach noch nicht und deswegen sehe ich ihn da halt auch nicht als Möglichkeit diesen einen potenziellen Abgang zu kompensieren weil ihm halt einfach die spielerische Erfahrung fehlt wenn er noch vier fünf Jahre Erfahrung hat und regelmäßig spielt und so und auch Kontakt hat zu erfahrenen Torhütern und da gelernt hat dann mag das eine andere Geschichte sein aber nicht jetzt. Und man muss auch sagen wenn Kevin Trapp hier zuhören sollte irgendwann spiel noch Champions League zeig was du kannst und dann bist du noch mehr wert am Markt. Steigere deinen Wert sozusagen bekommst du vielleicht noch mehr Gehalte auch wenn es dann bei Man United sie das erkannt haben und dich im nächsten Jahr haben wollen. Also spiel nochmal mit uns mit der Eintracht mit dem Herzensverein eine schöne Champions League Saison und dann sind wir uns glaube ich alle einig dass wenn man das gut planen kann und nicht fünf Minuten vorm Transferfenster Ende kolportiert muss man sagen dann können wir vielleicht etwas besser damit leben auch wenn es immer wehtun wird. Wenn er uns dann wenn er uns dann verlassen würde aktuell ist es nicht oder gar also schwer zu ertragen auf jeden Fall eigentlich ist es aber gar nicht zu ertragen. Ja korrekt so haben wir genug über potenzielle Abgänge gesprochen jetzt lass uns doch nochmal kurz auf tatsächliche Zugänge zu sprechen. Die Eintracht hat einen neuen Mittelfeldspieler und das wurde am Sonntag dann auch im Rahmen des Spiels oder kurz vorher verkündet und er war ja dann auch während des Spiels dann auch auf der Tribüne. Und zwar verstärkt uns Erik Junior Dina Ebimbe kommend von Paris im zentralen Mittelfeld. Marvin du kannst doch bestimmt was zu dem Spieler sagen oder? Ja ich würde ganz ehrlich also ich nenne ihn für all die Leute die jetzt nicht die komplette Vornamensliste sagen wollen ich würde ihn einfach Junior Ebimbe nennen. Und ist ein Spieler der sowohl eigentlich die allermeisten Spieler im rechten Mittelfeld gemacht hat aber ein Umschaltspieler auch ist also jemand der sehr schnell da nach vorne gehen kann. Ich glaube Markus Kösch hat noch gesagt Box to Box also da ist alle alle Buzzwords Fußball Buzzwords werden in ihm inkludiert aber man kann auf jeden Fall sagen klar also so ein defensiver Mittelfeldspieler ist er sogar auch und soll er eigentlich hauptsächlich auch bei der Eintracht sein. Ganz cool ist dass er mit Evon Dika zusammengearbeitet hat schon der U21 EU20 in der französischen da war Evon Dika dann der sein Captain also die kennen sich das natürlich auch ganz gut das macht eine Integration natürlich auch immer leichter aber wie schon erwähnt für das zentrale defensive Mittelfeld wird ein Junior Ebimbe auf jeden Fall der Spieler sein der die nächsten Spiele auf jeden Fall bei der Eintracht schon bald glänzen soll. Ich denke also nicht rechtes Mittelfeld sondern zentral oder defensiv. Vermute ich jetzt auch ist jetzt geliehen für ein Jahr aber gibt eine Kaufoption eine ist es Kaufoption oder Kaufverpflichtung da scheiden sich jetzt so ein bisschen die die Gelernten dran was davon es ist aber ist jetzt erstmal auf jeden Fall geliehen für ein Jahr gerade den Punkt den du angesprochen hast dass er ja auch durchaus schon vorher mit Eintracht zusammengespielt hat gerade wenn man sagt okay er spielt in im zentralen Mittelfeld auf so einer Sechserposition. Und dann vielleicht auch vor Indika wenn man in diese Viererkette in dieser Viererkette denkt dann haben die natürlich schon erstmal großen Vorteil der Abstimmung der Kommunikation der Erfahrung weil sie schon zusammen gespielt haben. Ich finde es eine sehr gute Verpflichtung auch weil man ja zumindest von dem ein oder anderen der sich vielleicht schon mehr mit PSG und auch vielleicht deren Nachwuchsarbeit beschäftigt hat auch sagt dass dieser Spieler durchaus sehr viele Veranlagungen mitbringt und auch durchaus die Möglichkeit hat in nicht allzu großer Zukunft schon ein sehr guter Fußballspieler auch zu werden. Da hat man ja auch gesehen die da aus der Fußballschule kommen die ja dann vielleicht bei PSG einfach aufgrund des Überangebots nicht zum Zuge gekommen sind aber dann in andere Ligen gewechselt sind und da doch durchaus ihr Potenzial dann entfalten konnten. Also ich bin durchaus sehr überzeugt davon. Ja Talent scheint vorhanden zu sein das ist ja schon mal wichtig und man muss auch wirklich sagen nächster kann man sagen nächster Entwicklungsschritt der Eintracht ich weiß es nicht aber dass so Spieler sich natürlich dann auch für uns entscheiden wie es hinbekommen auch. Ich hoffe man hat ja viel zu diesen Vertragskonstruktionen mit wahrscheinlich gibt es noch eine Rückkaufoption und das und was weiß ich alles also ich blicke da eh gar nicht mehr durch was da am Ende. PSG wird sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen die werden in alle Verträge irgendwas rein sich reinschreiben lassen so nach dem Motto wenn der irgendwie in den nächsten zwei Jahren folgende Entwicklungsschritte hat dann haben wir eine Option da irgendwie für kleines Geld irgendwie den zurückzuholen. Oder vielleicht verdienen sie dann bei den nächsten Transfers mit das ist ja mittlerweile so ein Konstrukt aber wie gesagt ich denke es ist ein nächster Schritt für die Eintracht auch solche Spieler an sich binden zu können. Marvin hat es schon auch ausgeführt gehabt er kennt Endicke auf jeden Fall das ist eine schöne Sache dass hier jetzt jemand auf einer Position die ja definitiv bei uns vakant ist uns hoffentlich schnell weiterhelfen kann und Knieproblematik wir werden sehen was da wirklich dann am Ende dran war. Ja wir gucken mal also die Sache ist natürlich klar ich finde es geil dass wir da diese Kaufoptionen offenbar haben wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe insofern ist das eine klasse Option natürlich wird es dann irgendwelche Rückkaufmodelle irgendwie noch dann auch geben aber das Gute ist das Gute ist wirklich dass der überhaupt zu uns gekommen ist auch hier denke ich wieder erneut wie wir bei Randall Colomiani haben war es so dass wir mit mit Ben Munger jemanden haben der das langfristig beobachtet und da das ist auch safe wieder ein Transfer der durch genau durch eben jenen genau das auch dem wie soll ich sagen eingeleitet wurde und da bin ich so froh dass wir ihn haben und dass er diesen Blick darauf richtet auf den Transfermarkt lange auch arbeitet weil in Bimbe ist ja auch ein Spieler der ja schon seit Monaten bei der Eintracht auch gerüchtet wurde. Und das finde ich schon spannend dass dann das dann wirklich auch finalisiert wird und dann klappt das und dann freut sich der Spieler man muss auch sagen Paris ist jetzt auch bei der Frankfurt ja auch nicht weit entfernt der kennt Kevin Trapp weiß ja auch zu Genüge wie das dann läuft das ist überhaupt kein Drama kann man auch mal schnell hinfahren mit dem IC oder besser mit dem TGW wenn man pünktlich kommen will also insofern eine gute Sache ich freue mich und von allem was ich höre ist das eine absolute Granate und du hast vollkommen richtig gesagt denn das natürlich mit dem Knie da gucken wir drauf finde es ein bisschen schade dass das jetzt so eine gewisse Brandmarkung da jetzt stattgefunden hat aber ich glaube wenn die ersten fünf Spiele gespielt sind denkt auch keiner mehr drüber nach. Ja definitiv nicht mal sehen wann wir ihn das erste Mal im Kader der Eintracht sehen werden ich bin auf jeden Fall wie schon mehrmals gesagt sehr erfreut von diesem Transfer und habe da große Hoffnung dass da was Schönes draus werden kann. So dann lasst uns doch jetzt mal auch mal ein Stück weit nach vorne blicken wir blicken jetzt aber noch nicht auf den kommenden Bundesliga Spieltag sondern da findet ja vorher noch eine ganz wichtige Aktion statt nämlich am Donnerstagabend 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit und was findet da statt lieber Marvin? Oh boy oh boy it's getting big wir haben eine Auslosung und zwar die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League liebe Freunde es ist unfassbar und fucking fassbar können wir was sagen dass die Frankfurter Eintracht tatsächlich in den Genuss kommt das nicht nur vor dem Fernseher dann alles erleben zu müssen sondern tatsächlich nach der Auslosung wo wir dann leider wahrscheinlich erst am Samstag genau wissen werden wann auswärts und wann Heimspiele sind dass wir dann auch hinfahren können. Und diese Hymne in einem Pflichtspiel ertönen hören können. Ja also man kann es davon ausgehen dass auf jeden Fall der Run auf die Karten wird groß sein und der ein oder andere Reiseveranstalter oder Flugbetreiber Hotelbetreiber wird sich wahrscheinlich jetzt schon die Hände reiben oder spätestens ab Donnerstag wenn zumindest klar ist welche Mannschaften da im Topf sind wenn auch dann noch nicht klar sein wird wann welches Spiel am Ende des Tages wo stattfindet. findet aber da wird schon der ein oder andere dabei sein der erstmal irgendwie noch ein paar Geldstöpfe sich besorgen wird weil der Rubel wird da rollen da bin ich mir ziemlich sicher. Wer werden denn so eure Wunschgegner wenn wir so auf die Lostöpfe gucken also die Eintracht ist ja aufgrund der Euroleague des Euroleague Siegs in Topf 1 zusammen mit Madrid Manchester City Bayern Mailand PSG Porto und also FC Porto und Ajax Amsterdam. Wen hättet ihr denn aus den anderen Töpfen so auf eurer Wunschliste das würde mich jetzt mal interessieren. Ja gut Top 2 Ja Top 2 wenn ich das richtig sehe ist das London ja Liverpool ist ja eine Möglichkeit. Liverpool ist drin Chelsea ist drin Barca ist drin Juve ist drin Atletico Sevilla Leipzig wobei wir die ja nicht kriegen können und Tottenham. Alles nur nicht Barcelona ja insofern das muss für immer und ewig da stehen bleiben da will ich auf gar keinen Fall haben irgendein Rückspiel in im Camp Nou und dann gewinnen die am Ende noch irgendwie deutlich nee nee dieser Schmach die wir denen da bereitet haben die muss für immer und ewig irgendwo in den Büchern stehen wir dürfen nie wieder gegen Barcelona spielen. Also du sagst Liverpool yes yes Liverpool wäre schon ein geiles Liverpool wäre schon egal ja muss muss sagen Madrid oder Sevilla würde mich auch reizen ja Chelsea könnte man natürlich auch mal für die damalige naja wie sagt man so schon Revanche ist der falsche Ausdruck aber also ich glaube da sind alle alle attraktiv Juve würde ich gerne vermeiden ist einfach dem jeder jeder weiß warum glaube ich hier sich keiner drum reißen würde nein deshalb also ich denke mein Favorit ist eigentlich entweder Liverpool wie Marvin schon sagt oder gerne Madrid auch. Ich mag halt keine spanischen Spitzenmannschaften die gehen mir immer gewaltig auf den Keks von daher wäre mein Votum auch Liverpool. Wenn wir sie schon im Supercup nicht gekriegt haben dann vielleicht hier Champions League Gruppenphase Liverpool wären auf jeden Fall zwei geile Spiele. Sehr gut. Und dann geht weiter jetzt. Top 3 was schon gesetzt ist ist Dortmund geht ja nicht weil wegen deutscher Mannschaft Salzburg Donetsk Inter Mailand Neapel Sporting Lissabon Leverkusen ist auch gesetzt können wir aber auch nicht kriegen wegen deutscher Mannschaft. Und dann gibt es ja noch die ein oder anderen Spiele die noch nicht ausgetragen sind wo noch nicht klar ist wen wir bekommen können. Von daher vielleicht erstmal aus denen die ich gerade genannt habe die auf jeden Fall gesetzt sind wer wäre denn da so euer Kandidat? Ich glaube ich entscheide mich für ja so richtig leicht wird das dann alles nicht aber was soll man machen Celtic Celtic geil ey guck mal Celtic ist aber erst in der vierten Topf ne? Dann Topf drei auf nach Napoli Neapel ja hätte ich auch hätte ich auch gesagt finde ich cool oder auch gerne Lissabon also auf Salzburg habe ich da keine Lust. Donetsk keine Ahnung wo das dann ausgetragen wird auch. Auch ein wichtiger Punkt ja. Weiß man nicht ich fände Neapel halt irgendwie geil italienischer Verein die haben auch ordentlich Stimmung hat auch irgendwie sowas ja also hat ein gewisses Flair hätte ich voll Bock drauf irgendwie. Ja ja gehe ich mit auf jeden Fall also wäre schon geil. Und dann Top vier Marvin Celtic auf jeden Fall ja Brücke oder Celtic hättest du jetzt zur Auswahl aktuell die anderen müssen glaube ich noch Quali spielen. Ich muss schon sagen ich hätte Bock auf Celtic auf jeden Fall weil ganz ehrlich ich überlegte das doch mal wie cool wäre das natürlich wäre ja so damals nicht wir waren wir konnten noch nie also wir konnten nicht nach Glasgow fahren sondern wir hatten das Finale dann waren zwar die Rangers aber jetzt mal Celtic schön ist auch ein tougher Gegner ein nachbarer Gegner aber es wären halt alles ultimativ interessante Lose. Natürlich ich weiß nicht da kann ja jetzt auch noch was passieren ihr habt ja eben richtig gesagt mit der Qualifikation kann ja noch ein bisschen was. Dazu kommt das kann ja auch mega spektakulär dann noch werden aber für mich wäre das schon wäre das schon alles gute Lose. Ich sehe gerade momentan Roter Stern Belgrad führt offenbar gerade Karabag Akta haben wir ja auch mal wieder was ja aber lasst uns ruhig damit gehen aber die Rangers können auch noch passieren. Die Rangers können auch noch passieren die haben ja im Hinspiel gegen Eindhoven 2-2 gespielt also das Thema ist auch noch nicht durch. In Top 4 bislang neben Celtic auch einzig gesetzt Brügge ansonsten wie du schon gesagt hast Karabag Akta spielt ja noch gegen Viktoria Pilsen die müssten glaube ich jetzt auch im Rückspiel schon sein. Genau. Die haben ja im Hinspiel unentschieden gespielt das wäre noch irgendwie drin dann haben wir noch Kopenhagen und Trapsonspor die haben da hat Kopenhagen ja das Hinspiel gewonnen also ich sag mal so ein machbarer Gegner für auf den für die vierten Platz in der Gruppe fände ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ich wäre aber auch so ein bisschen bei dir Marvin ich finde halt einen schottischen Verein einfach schon geil Celtic oder auch auch die Rangers wäre schon geil wäre halt schon geil kannst du gut hinfahren wäre auf jeden Fall Stimmung ist ja auch wieder sowas fürs Fußballherz. Ja eine der wenigen Sachen ja weil ich meine ich hatte also ich muss jetzt nicht nach Aserbaidschan Karabag Akta alles gut und schön aber ey kann man nicht machen aber natürlich könnte man auch überlegen hier Bodo Klimt nach Norwegen ja oder halt was auch eine ganz coole Reise sein könnte ist auch nicht so weit weg wäre natürlich FC Kopenhagen. Also es gibt coole Lose aber ich lege mich jetzt einfach mal auf Glaskreuz jetzt das fest. Was eine Sache habe ich noch zumindest habe ich das irgendwo gelesen dass Marseille wäre ja auch noch möglich glaube ich die sind glaube ich noch nicht gesetzt. Marseille ist noch nicht gesetzt ich glaube das hängt ein Stück weit wenn ich das richtig verstanden habe hängt das nicht an diesem Club Koeffizienten noch irgendwie dran oder an der Fünfjahreswertung irgendeinen Grund gibt es dass die noch nicht. Gesetzt sind aber man muss ja auch dazu sagen dass ja auch diese Art und Weise wie hier dann irgendwelche Auslosung Regularien sind mit irgendwie man weiß ich nicht man muss sich irgendwie fünfmal in die Nase packen und dreimal bei Regen irgendwie um die Laterne laufen also es wird ja auch immer undurchsichtiger. Und dann bei Sonnenschein aber ganz schnell ja schreien und dann bekommt man Topf 2. Ja irgendwie sowas. Genau. Wenn du nicht ja schreist kriegst du nur die Waschmaschine ich weiß es doch auch nicht also es ist irgendwie total absurd teilweise diese Regelung aber ja du hast recht die sind noch nicht gesetzt und ich meinte gelesen zu haben dass das am am Club Koeffizienten liegt. Ja okay na gut also wir werden auf jeden Fall hier einige interessante Clubs haben gegen die wir spielen können. Wir haben es schon richtig angesprochen es wäre eigentlich schön wenn du einen Club dabei hast den du spielerisch etwas im Zaun halten kannst dass du ja ich sag mal also international überwintern wäre schon eine feine Sache ob das auf den ersten zwei Plätzen funktioniert. Ja oder halt dann Platz drei und dann rutschst du runter in die Euroleague und dann ist das Programm auch klar Titelverteidigung. Ja das meine ich also das wäre natürlich deshalb verstehe ich schon den Punkt den du vorhin angesprochen hast René ein machbarer Gegner drin dass du ja da zumindest eine gute Wahrscheinlichkeit hast dass du zumindest in der Euroleague runterrutschst. Ja wobei auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen wir haben letztes Jahr in der Euroleague halt gegen Barcelona und Sevilla und hast du nicht gesehen gespielt. Ja meinst du ja so und da haben da haben wir auch gut ausgesehen also ich glaube wenn wir wieder dieses Euroleague Gesicht zeigen wenn wir wieder mit genügend Einsatz spielen und klar ein bisschen Glück gehört auch dazu aber wir haben ja auch die Mannschaft an gerade in der Offensive nochmal auch verstärkt und wenn sich dann jetzt auch diese diese Wackelkandidaten die wir da noch in der Mannschaft haben in den nächsten acht neun Tagen sich das Thema dann auch irgendwie geklärt hat. Dann ja man möge mir jetzt Überheblichkeit nachsagen aber dann habe ich halt auch vor keinem ja gut Liverpool vielleicht wobei die jetzt auch ja gerade in der Premier League ein bisschen im Schlagern sind habe ich da vor keinem so wirklich irgendwie Schiss weil ja Fußball hat halt auch was mit Glück zu tun und mit Einsatz und wenn du dich da richtig anstiegst dann kriegst du sie auch irgendwie alle irgendwie klein gemacht. Ja und selbst wenn nicht ist es halt einfach auch ein ganz großes Erlebnis du hast halt einfach drei geile Heimspiele du hast drei geile Auswärtsspiele warum soll man sich denn da ärgern also macht ja überhaupt keinen Sinn freuen und reinen. Auf keinen Fall ja ja klar aber ich glaube man muss auch die Erwartungshaltung ein bisschen ja es geht ja immer die Fallhöhe soll nicht zu hoch sein wir wollen hier auch alles nicht jetzt die Eintracht ist jeweilig nicht Favorit in den verschiedenen Gruppenkonstellationen. Ja mit Sicherheit nicht und wir werden auch nicht im ersten Jahr die Champions League direkt gewinnen aber du weißt wie das ist da hast du einmal in dem Spiel irgendwie Glück und der Gegner hat halt irgendwie dementsprechend Pech und dann hast du die drei Punkte da und dann sieht die Nummer halt schon irgendwie ganz anders aus. Und die müssen ja auch untereinander erst mal noch spielen. Also die Messe ist noch nicht gesungen. Oder gelesen aber. Gelesen, gesungen. Singen kann man so auch ja. Geschrieben. Der Frosch ist noch nicht filetiert der was weiß ich. Denkt euch halt irgendein Sprichwort aus. Meine Güte. Seid kreativ. Sprichwort hier einfügen. Sprichwort hier einfügen. Genau. So. Das Donnerstagabend, dann heißt Freitag und Samstag, äh, Refreshen der, äh, Fluganbieterseiten, ähm, Tickets, ne, Tickets gibt's noch keine, aber zumindestens Reisen buchen, also wahrscheinlich erstmal irgendwie groß, ähm, versuchen da irgendwie Reisen zu buchen. Ich vermute mal Marvin, du wirst mit Sicherheit die ein oder andere Reise anstreben, du mit Sicherheit auch Dennis. Ja, wenn's geht, aber der Marvin hat vorhin schon angesprochen, ich glaube es ist, äh, leider mit Heim und, äh, Auswärtsrecht dann vielleicht erst etwas später, äh, geklärt. Wir haben echt ein bisschen Struggle, ne, weil natürlich normalerweise, wir kennen das alle, würden wir am liebsten am, äh, Donnerstag schon bewutschnaubend, äh, die teuren Preise beklagen. Alles tot buchen, genau. Ja, die müssen kündig nach oben gehen, aber es ist leider wohl echt so, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig vernommen habe, dass wir erst so wirklich am Wochenende wissen, wann Sache ist, ne. Aber woran liegt das? Ich glaube, dass die Vereine dann noch genau ausmachen müssen, hier, was passt dir besser, Heim und Auswärts, wann, wann, ähm, äh, ich glaube, das sind viele individuelle Abstimmungen, aber da nagel mich, mich bitte nicht drauf fest, wir haben ja sehr viele, ähm, sehr viele intelligente Hörer und Hörerinnen, vielleicht können die uns da ein wenig erleuchten. Vermeiden von Stadtderpys ist ja normalerweise immer so ein Ding auch, ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt vorkommen kann, äh, aber, ja, muss man gucken, aber das sind so Punkte, wo oft geschaut wird, dass eben die, äh, ja, der Aufwand, die Polizeipräsenz, nicht, dass du dann, äh, zwei eskalative Dinger in der Nähe hast und, äh, da gab es. Ja, wir waren ja schon Sevilla, ne, das war natürlich dann, das war natürlich dann, äh, Europa Cup, äh, aber dann auch schon, auch fernab der Gruppen, aber da war es ja auch so, ne, Mittwoch, Donnerstag, ähm, dass wir uns, dass wir einmal sogar Mittwoch gespielt haben und so, ne, also kann alles passieren. Ja, also du hast auf jeden Fall, weil du gerade Stadtthematik angesprochen hast, du hast halt auf jeden Fall Sporting und Benfica, Sporting gesetzt, Benfica muss ja noch gegen Kiew, äh, spielen. Ich glaube, die führen aber auch gerade, führen die nicht gerade, glaube ich sogar? Ja, führt 3-0 gegen Kiew, also ich würde sagen, das Thema ist dann auch irgendwie gesetzt, dann hast du auf jeden Fall das eine Stadtderby, ja, Leverkusen-Dortmund ist jetzt nicht wirklich Stadtderby, aber ist jetzt auch nicht so unweil, wahrscheinlich weit auseinander, ist wahrscheinlich dann auch wieder so eine Frage der Polizeiverfügbarkeiten, also du hättest schon so ein paar Sachen, äh, Inter und AC hast du halt auch. Mhm. Also du hättest schon so das ein oder andere, wo man sagen könnte, okay, da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, ja, gut, und natürlich Celtic und Glasgow. Genau. Also Rangers und Celtic, so um mich. Mhm, ja. Also hättest schon das ein oder andere, wo es vielleicht nochmal irgendwie spannend werden kann. Genau, also das sind halt genau die Optionen, aber, ey, es ist geil, egal wie es kommt, natürlich gibt es auch so Horror-Dinger, auf die ich gar keinen Bock hätte, wir haben es ja eben schon gesagt, ähm, Barcelona muss nicht sein, und ich hätte halt keinen Bock, also jetzt mal ganz persönlich, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, aber ich hätte einfach keinen Bock, nicht die ganzen Sachen nochmal zu machen, die wir schon mal gemacht haben, ne. Also ich brauche halt, also, oder auch Porto, alles gut und schön, aber man muss jetzt nicht nochmal wieder sein. Ja, aber hier, ich muss jetzt auch nicht auf Chelsea treffen, ähm, keine Ahnung, ja, Atletico, Madrid, warum nicht, könnte ganz spannend sein, aber Salzburg brauche ich nicht, ich brauche nicht Schachter, Donetsk, ich brauche nicht Inter, Mailand, das haben wir jetzt alle schon mal gehabt, das klingt ein bisschen hochnäsig, aber muss ja nicht sein, ja. Ja, ich sag mal, das eine ist natürlich, welche Gegner hätte man gerne, weil man halt einfach drauf hofft, dass es irgendwie ein Spiel ist, aber gerade als Fußballfan, wenn man halt auch auswärts fährt, will man natürlich auch irgendwie möglichst viele, äh, Stadien mal irgendwie gesehen haben, seine Mannschaft da, äh, haben spielen sehen und klar ist dann natürlich etwas, was man schon mal erlebt hat und wo man vielleicht auch erfolgreich war, ähm, a, so ein bisschen von der berühmt-berüchtigten Bucketlist runter und auf der anderen Seite hat's halt auch immer so das Risiko, dass wenn man da jetzt nochmal spielt und dann vielleicht nicht siegreich ist, sondern sogar im schlimmsten Falle gewaltig eins auf die Mütze kriegt, dann schmälert das natürlich auch immer so ein bisschen diese Erfahrung, die man in diesem Fußballherz irgendwie gesammelt hat, also das kann ich schon voll und ganz verstehen, also ich würde es jetzt nicht als hochnäsig bezeichnen, sondern das hat auch so eine gewisse Form von Eigenschutz. Ja, wird auf jeden Fall spannend, äh, wie gesagt, Donnerstagabend, äh, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit findet die Auslosung, äh, statt ich weiß gar nicht, wird hier im Free-TV übertragen? Ich glaube nicht, hier ist wahrscheinlich wieder exklusiv irgendwie bei, wer hat das wahrscheinlich, Sky für Champions League vermutlich. Äh, du kannst oft den Stream aber auch online gucken. Achso, ah, die UEFA hat wieder Stream, okay. Ja, ja, also da, da wird auf jeden Fall was, wir werden uns alle trotzdem hinsetzen. Ja, mit Sicherheit und dann werden wir uns in der nächsten Woche mal ganz intensiv damit beschäftigen, wer welche Reise gebucht hat, über welchen Gegner wir uns freuen, über welchen wir uns vielleicht auch ärgern. Ähm, und dann müssen wir dann auch mal ein bisschen über Terminplanung sprechen, weil das hat natürlich, und das hatten wir ja ganz am Anfang der Saison gesagt, auch Auswirkungen auf uns, weil Dienstagabend ist ja unser präferierter Platz für die Aufnahme dieser Folgen hier. Und je nachdem, wann die Spiele stattfinden, kann das vielleicht dann auch nicht mehr funktionieren. Mal sehen. Nur noch Live-Folgen vor Ort. Ich bin echt mal gespannt, wie wir es machen, ne? Es ist nämlich echt, müssen wir dann wirklich auf Montagabend vielleicht gehen oder damit wir dann Dienstag für alle verfügbar werden? Ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Also es wird uns noch vor die ein oder andere Herausforderung stellen. Oder macht es wirklich Sinn? Oder macht es wirklich Sinn dann zu sagen, wir gehen eher auf den Abend nach dem Spiel oder einen Tag später? Ich weiß es nicht. Schreibt uns mal, was für euch am besten ist. Ja, gut. Weil ich glaube, es wäre schon okay, wenn wir einfach mal eure Meinung dazu abhören, denn ihr seid ja diejenigen, die mit uns das gemeinsam konsumieren. Also schreibt uns mal. Noch sind wir nicht schlau genug. Genau. Finde ich einen guten Hinweis. Sagt uns mal, was so für euch das Präferierte wäre, eher Montag aufnehmen. Das würde bedeuten, die Folgen kommen dann auch sehr kurzfristig erst an einem Dienstag oder dann vielleicht doch eher so Richtung Mittwoch, Donnerstag gehen. Je nachdem, wie die Spiele liegen. Dann sind wir ein bisschen näher am Wochenende. Aber wenn du ein Champions-League-Spiel hast und dann Mittwoch spielst, bist du vielleicht doch eher auf der Sonntagslinie. Je nachdem, welchen Gegner du dann auch in der Bundesliga hast. Also von daher, schreibt mal per Twitter in die Kommentare, wo auch immer. Wir lesen das alles, was für euch so der Modus wäre, wo ihr sagt, das wäre für euch ganz passend. Genau. Und dann können wir natürlich jetzt die Frage stellen, wie passend ist es denn, dass wir am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Bremen spielen, Marvin? Ja, mir passt es generell nicht. Wegen der Uhrzeit oder wegen Bremen? Bissi mehr wegen Bremen. Aber ich muss schon sagen, ich habe da mega Respekt davor, dass die Bremen eine herausragende Partie gegen Dortmund hatten. Und dass sie nicht aufgesteckt haben und dass sie den Vibe so als Aufsteiger echt gut mitgenommen haben. Und nach einem Rückstand nochmal mehr als zurückgekommen sind und im Endeffekt das Ding geworden haben. Nach einem deutlichen Rückstand. Also bis Mitte der 80. Minute liegst du 2-0 hinten als Aufsteiger gegen Dortmund, wo du eigentlich sagen kannst, okay, Schadensbegrenzung im Westfalenstadion. Ja, musst du auflaufen, notgedrungen in laxfarbenen Trikots, wo wir gleich nochmal drüber sprechen können, ob die Farbe überhaupt sinnvoll gewählt ist oder nicht. Und dann am Ende ringst du Dortmund da mit einem 3-2 oder 2-3 dann aus Dortmunder Sicht dann einfach auch nieder. Lange Nachspielzeit und dann aber auch mit viel Einsatz. Gerade das 3-2, wenn du siehst, wie sie da in das Laufduell gehen, da nochmal umschalten. Wirklich auch mit dem klaren Willen, da noch diese Bude zu machen. Also wie du schon sagst, höchsten Respekt. Ja, definitiv. Und das zeigt natürlich, dass es ein gefährlicher Gegner ist, bei dem wir gut und gerne, wenn wir nicht aufpassen, halt auch schnell mal verlieren. Dementsprechend muss die Eintracht immens aufpassen, dass sie gegen Bremen ordentlich performt und dort ja ein oder drei Punkte mitnimmt. Und das wäre natürlich ein dolliges Ausrufezeichen auch. Ja, der muss sehr, sehr wach sein. Aber ich sage mal so, es ist ein bisschen jetzt ein Vorteil für uns, dass wir noch einen Tag länger haben, um jemand wie Junior Ebibe auch schon weiter an die Mannschaft ranzuführen. Pellegrini hat da noch mehr Trainingseinheiten mitgemacht. Wir wissen noch klare, was wir auf der Rechtsverteidigerposition machen. Ob wir da weiter mit einem Jakic gehen. Wie soll es in dem Offensivkonzept ausgehen? Ich muss trotzdem sagen, am Ende des Tages, wenn dieses Offensivkonzept irgendwann steht, habe ich vor keiner Mannschaft in der Bundesliga Angst. Und das ist geil. Aber wir müssen uns dieses Vertrauen auch erstmal erarbeiten. Und da wird Bremen auf jeden Fall die nächste Hürde. Ja, auf jeden Fall auch, ja, zum einen, wie du sagst, wichtig, dass man da jetzt dann nochmal mehr das gewollte oder zukünftige Spielsystem dann auch sieht. Was ja auch mal wieder so ein bisschen ein Kritikpunkt ist, wie viel Spielsystem man dann da jetzt bislang schon erkennen konnte. Aber was ich halt auch einfach wahnsinnig gerne will, ist halt einfach das erste Mal in der Saison, dass wir halt einfach die volle Punktzahl mitnehmen. Weil klar, Respekt vor Bremen nach der Leistung vom letzten Wochenende. Aber am Ende des Tages sind sie jetzt halt auch Aufsteiger. Zwar nur nach einem Jahr, aber trotzdem jetzt einfach auch wieder der Aufsteiger. Und wir müssen dann einfach auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und dem klaren Siegeswillen in dieses Spiel reingehen. Ja, und du musst ja auch schauen, hätten sie das eben nicht mehr so gedreht in den letzten 15 Minuten, dann hätte es für die jetzt auch nicht so toll ausgesehen. Hätten sie auch nur zwei Punkte gehabt. Gegen Wolfsburg und Stuttgart hatten sie ja jeweils auch nur unentschieden gespielt. Also da muss man sagen, man darf sie jetzt, ich hoffe, dass die jetzt nicht mit zu breiter Brust kommen. Oder besser gesagt, wir hinfahren. Aber es bietet uns vielleicht auch den einen oder anderen Raum, bietet vielleicht Bremen etwas, dass sie denken, da können wir vielleicht ein bisschen besser mitspielen. Es kann uns hoffentlich entsprechende Räume bieten, die wir dann auch ausnutzen. Und wie gesagt, Formkurve bei Götze hat meiner Meinung nach auch nach oben gezeigt. Vielleicht für eine Ausstellung kommen wir ja sicherlich gleich noch dazu, wer dann da spielt. Aber wir müssen es einfach konsequent fertig spielen. Dann brauchen wir gegen Bremen auch keine Angst haben. Dem stimme ich komplett zu. Und dann würde ich auch schon direkt zu der von dir angesprochenen Aufstellung überleiten wollen. Weil das ist für mich noch die größte Frage. Jetzt mal davon abgesehen, welche Spieler dann eventuell noch zur Verfügung stehen oder nicht. Das lassen wir erstmal komplett außen vor. Aber wie wäre denn eure Aufstellung? Also erstmal die grundlegende Frage, bleibt ihr jetzt bei der Viererkette oder würdet ihr in dem Falle wieder auf eine Dreierkette oder Schräg-Schräg-Fünferkette gehen? Marvin, du bist doch hier Aufstellungsexperte. Ja, ich bin Aufstellungsexperte, das hast du jetzt gesagt. Ja. Aber wir gehen einfach jetzt mal so mit. Und dann stellen wir uns die Frage, was machen wir? Ist es jetzt sinnvoll, wieder zurückzuwechseln? Mehr geht diese Scheißwechselei auf den Sack. Das sage ich jetzt einfach nur so. Aber das hängt jetzt nicht mit irgendeinem Trainer zusammen. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Trainer. Ich liebe Olli Glasner und finde es absolut richtig, dass er sich die Gedanken macht. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht mal überlegen, dass wir jetzt dieses Konzept mit der Viererkette mal beibehalten. Und gerade gegen ein, wie wir gerade gesagt haben, gefährliches Bremen ist es gar nicht verkehrt. Deswegen sage ich natürlich im Tor unser King Kevin Trapp. In der Linksverteidigerposition. Pellegrini, kein No-Joke-Pellegrini. Dika bleibt genauso dort wie Tutor. Und rechts würde ich erneut mit einem Herrn Jarkic gehen. Und das sind meine ersten fünf Spieler. Und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja. Ich glaube, gerade Jarkic, wenn wir wirklich sagen, Viererkette. Und ich würde dir da komplett zustimmen, zu sagen, wir machen jetzt nicht irgendwie Baumchenwechsel, die Spiel und irgendwie vor und zurück. Und hier Dreierkette, Viererkette, Fünferkette hast du ja nicht gesehen. Wir haben es im letzten Jahr ja schon versucht, auf die Viererkette zu gehen. Da hat es nicht ganz funktioniert. Ich glaube, jetzt ist die einzige Chance, die wir haben, das jetzt tatsächlich mal irgendwie durchzuziehen. Von daher wäre ich da auch bei Viererkette. Und dann hast du halt tatsächlich auf dieser Rechtsverteidigerposition, wenn du jetzt nicht mit Chandler spielen willst. Nicht wirklich eine Alternative. Knauf ist für mich jetzt auch nicht der Spieler, den ich auf so einer kompletten Rechtsverteidigerposition sehen würde. Leider nicht, nee. Das ist es, ja. Ja, dann hast du wahrscheinlich einfach tatsächlich keine Möglichkeiten. Aber Jarkic hat das ja extrem gut gemacht, wie ich finde. Und wie du schon auch gesagt hast, Marvin, es ist jetzt auch gegen eine Mannschaft wie Bremen durchaus auch sinnvoll, da eine gewisse defensive Stabilität wieder drin zu haben. Jarkic kann halt auch einfach mal gut einen wegrohren, wenn es sein muss. Ja. Und wenn er jetzt nicht viel nach vorne rennen muss oder nicht versuchen muss, irgendwie einen Torabschluss zu bringen, so wie er es am Wochenende gegen Köln gemacht hat, der ja dann auch eher ein bisschen A zu schwach geschossen und B zu zentral war, dann passt das für mich auch. Also ich wäre da komplett dabei. Und wie geht es weiter? Was meint ihr, Dennis, wie geht es? Was machst du mit den defensiven Spielern? Also es wäre ja eigentlich geil, wenn du Ebimbe da schon einsetzen könntest. Ich weiß nicht, wie fit und wie schnell er da jetzt schon zurück einkehren kann. Also so ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Ja, ich glaube, er hat halt keinen Weg dran vor mir. Jetzt ist nur das, ja, das Ding rotiert Rode raus und geht Ebimbe rein. Ich weiß nicht, inwieweit er da defensiv, ja, stabil genug auch ist. Das ist für mich momentan natürlich ein Riesenfragezeichen. Dementsprechend, ich würde ihn gerne mal sehen, ob das jetzt gegen Bremen so schlau ist, aber warum eigentlich nicht? Ja, oder halt die Variante, also ich weiß nicht, ob Ebimbe schon tatsächlich da ist und ob das nicht dann auch wieder zu viel Unsicherheit ist, weil dann hast du ja schon, du hast einen Jakic, der positionsfremd spielt, du hast einen Pellegrini, der dann das zweite Bundesligaspiel macht, du hast halt auch vorne in der Offensive, wenn wir dann gleich dazu kommen, mit Sicherheit auch den ein oder anderen, der jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange im Kader ist, also auch noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Unsicherheitsfaktor, aber einfach, da ist die Abstimmung noch nicht so ganz am Laufen. Da wäre mir Ebimbe zu viel Verunsicherung. Zu viel Verunsicherung, danke. Ist doch vollkommen okay. Rode weiß ich nicht. Wenn ich dann jetzt in der Theorie weitergehe und sage, Bremen ist jetzt vielleicht auch eine Mannschaft, die auch gerne einfach mal ähnlich wie Köln so auf Kompaktheit in der Abwehr steht und vielleicht über Konter gehen will und wir dann sagen, wir wollen auch eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, tiefstehende Gegner zu bespielen, würde ich hier wieder auf diese Variante Kamada-Sou gehen, genau. Wenn Kamada fett ist, wäre das meine Variante. Auch spannend, okay. Also Kamada-Sou. Genau. Also Kamada hat sich auch extrem gemacht, was dieses Thema Balleroberung angeht. Du hast auch... Kamada ist der beste Spieler momentan. Genau, der ist der beste Spieler. Es macht halt irgendwie dann auch wenig Sinn, ihn auf der Bank zu lassen, wenn er fit ist. Da bin ich bei dir. Du hast einen Ballbesitzstarken Spieler, der auch aus der Tiefe heraus auch mal einen Aufbau spielen kann. Also, und du hast ja schon mit der Viererkette schon eine defensive Richtung da hinten drin. Dann hast du vielleicht noch einen Sou, der ein bisschen defensiver agieren muss. Dann hast du ja fünf Spieler schon da hinten drin. Warum nicht einen Kamada, der auch einfach mal so den unerwarteten Pass aus der Tiefe spielen kann? Witzig und interessant und ein gutes Mittel. Kamada hatte ich einfach an einer anderen Stelle in die Startelf rotieren lassen. Dementsprechend bin ich völlig d'accord mit. Also Kamada gerne. Kamada-Sou hat schon funktioniert. Und gegen Bremen könnte ich mir auch das von vorstellen, dass das gehen kann. Marvin, wie siehst du das? Ich finde es spannend. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass Kamada überhaupt irgendwo reingeht. Und ich finde, so können wir es auch lösen. Also, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass eine Rode uns natürlich bei so einem Spiel mit einer gewissen Robustheit auch helfen würde. Das müsste man ausprobieren. Das ist halt die Frage, wie fit der ist. Ich meine, gut, er hat jetzt natürlich dann auch eine komplette Woche Erholungszeit. Aber es ist ja bei Rode auch immer so ein bisschen die Frage, für wie viel Einsatz reichen halt die Körner. Aber ist ja auch schon nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Ja, genau. Aber probieren wir es doch mal. Komm, wir probieren mal mit Kamada-Sou in der Defensive. Und dann stellt sich die Frage, wie machst du es offensiv? Ich glaube, Dennis, du hast ja eben vollkommen richtig schon gesagt, Götze hat sich gut präsentiert gegen Köln. Ich glaube, den lassen wir drin. Ja, kommt kein Weg dran vorbei. Wer sind die anderen drei Spieler, die ihr noch reinpacken würdet? Mouani hat sich eigentlich reingespielt. Der hat wieder gut performt. Und den brauchst du auch. Der kann mit dem Ball einfach wahnsinnig umgehen. Du hast es am Wochenende ja auch wieder gesehen. Mit zwei, drei Aktionen lässt er halt auch einen Gegnerspieler da stehen. Der hat auch einfach die Körperlichkeit. Der kann dann auch den einen oder anderen dann mal wegschieben. Vielleicht auch gerade gegen eine nicht unkörperliche Prämerabwehr, dass du dann auch einen hast, der dann da auch mal gut reingehen kann. Wäre für mich auf jeden Fall wichtig. Und ich, auch wenn Lindström am Wochenende vielleicht die eine oder andere Entscheidung wieder nicht so ganz korrekt getroffen hat. Aber bis zum 16er ist er halt einfach auch bockstark und er hat halt auch Geschwindigkeit. Also an dem würde ich sagen, kommst du auch nicht wirklich dran vorbei. Ja, der war bei mir in der Konstellation, wo eben kein Kamada auf der 6 spielt, ist Lindström gegen Kamada bei mir rausgeflogen. Aber dadurch, dass wir das Kamada-Problem an der anderen Stelle jetzt gelöst haben, können wir gerne an der Stelle. Die Frage ist ja, wer wäre die Alternative an der Stelle? Vorne, also um es mal einfach oder aus meiner Sicht zu sagen, Boré ist für mich jetzt aus der Startelf mal rausrotiert und ich würde Alario mal die Chance geben. Ja, sehe ich genauso. Auf der Lindström-Position, wir können gerne auch mit dem Lindström anfangen. Die Alternative, ich weiß nicht, ob Ali Du auf der Seite auch mal eine Möglichkeit wäre, keine Ahnung. Einfach um nochmal, aber wir haben ja gesagt, eigentlich wollen wir nicht zu viel ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen Sicherheit und nicht zu viele Spieler hier austauschen. Jetzt sehe ich, dass man bei doch der vielen Positionen hier, oder ich zumindest in meinem Plan, doch wechsle. Also ich wäre auch mit Lindström einverstanden. Marvin, wie siehst du das denn? Ich ehrlich gesagt auch. Also ich finde, die einzige Position, über die wir vielleicht reden sollten, wäre halt im Sturm. Ich würde Lindström auch drin lassen. Wir haben über Götze gesprochen, der bleibt. Wir haben über Mohani gesprochen, der bleibt. Die einzige Sache, die ich mir überlegen würde, wäre, ob es halt sinnvoll ist, Alario für Bore zu stellen, weil wir vielleicht gar nicht unfassbar viele Torchancen bekommen, aber Alario halt als Knipse uns einen größeren Wert versprechen könnte. Ja, an dem Punkt war ich auch. Also ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen ungerecht, aber ich finde, Bore trifft auch in letzter Zeit auch so ein bisschen wieder die falschen Entscheidungen. Meckert auch ein bisschen viel, vielleicht ist er auch einfach ein bisschen gerade überspielt. Plus halt eben den Punkt, den du gesagt hast, Marvin, vielleicht haben wir nicht so wahnsinnig viele Torchancen. Ein Alario ist halt schon einfach von den beiden der abschlussstärkere Spieler. Ist jetzt nicht so der klassische Pressing-Spieler, das wäre halt wieder ein Bore. Nee, aber Alario wäre für mich der abschlussstärkere. Und wenn du dann halt sagst, du hast einfach auch mal einen Kamada, der halt einfach den Pass auf den Linztrömen spielen kann, auf die Außenbahn, der mit Geschwindigkeit und der dann reinflankt, dann wäre so ein Alario, der dann vielleicht zwischen den Abwehrspielern steht und aus der Erfahrung heraus an der richtigen Stelle den Schritt raus macht. Ich verspreche mir da mehr von, sagen wir es so. Ja, auch ein Steckpass von Götze. Ich hoffe ja, dass das irgendwann da vorne alles funktioniert. Und Alario hatte für mich einfach, wenn ich jetzt die kurzfristige Sicht sehe, im Köln-Spiel mehr Zug zum Tor. In denen, ich sag mal, der hat ja nur 20 Minuten, Anführungszeichen, gespielt. Und da hat er mir einfach, das hat mir einfach besser gefallen, diese Umsetzung. Bore hat sicherlich seine Berechtigung, dass er auch seine Spielminuten bekommt. Und hier würde ich einfach mal, zumindest in der Startelf, und da kann man ja immer noch tauschen. Auch ein Alario ist sicherlich jemand, den du irgendwann mal dann gegen einen Bore noch austauschen kannst. Oder generell auch von der ganzen Statik her vielleicht auf den Spielverlauf reagieren musst. Aber ich bin völlig d'accord mit Alario für Bore. Und die spielen dann in so einem klassischen 4-2-3-1, ne? Würde ich sagen, ja. Jo. Was sowieso irgendwie, aus welchem Grund auch immer, so ein bisschen meine präferierte Aufstellung schon immer gewesen ist. Und dann ist es doch geil. Also ich glaube, wir haben unsere Elf jetzt gefunden. Das ist doch klasse. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Farid Alidou, mit einem Ansgar Knauf, und dann auch trotzdem auch einem Bore, Leute reinzuholen. Also du hast ja schon noch auch ein bisschen Möglichkeit, dann auch nochmal die Statik des Spiels zu verändern. Ja, und dann, wenn du vielleicht auch in der Defensive, wenn du merkst, okay, mit Kamada funktioniert es in der Defensive vielleicht nicht ganz so gut, dann kann ich den dann nach vorne ziehen und dann dementsprechend jemand anderen auswechseln in einem defensiven Mittelfeld. Ja, auch mit Hasebe oder dementsprechend halt auch mit einem Bimbe, der dann vielleicht schon auf der Bank sein wird, dann reinzubuttern. Also ich denke, das ist doch eine gute, gute Aufstellung. Und ich glaube, da wären wir mit ganz gut verfahren. Das klingt sehr gut. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie gut eure Tipps klingen. Marvin, du stehst ja als erstes in der Liste. 3-1. 3-1 für uns. Auf jeden Fall. Sehr schön. Das wären die ersten drei Punkte. Dennis. Ich gehe mit Marvin. 3-1 hätte ich auch gesagt. Also ich glaube auch, dass wir einfach an unsere Stärke, und das ist die Offensive, die muss jetzt einfach funktionieren. Wenn wir dann hinten einen fangen, ist das auch nicht schlimm. Also 3-1, sehr gerne. Ich glaube an diese Defensive und ich bleibe im gleichen Torverhältnis wie ihr, aber mit anderen absoluten Zahlen und sage, die Eintracht gewinnt 2-0. Gut. Ja, und dann haben wir es für diese Woche dann auch hier alles besprochen, was es zu besprechen gab. Wie gesagt, in der nächsten Woche werden wir uns dann sehr intensiv zum einen natürlich mit diesem Bremen-Spiel beschäftigen, aber noch viel intensiver mit der dann finalen bekannten Auslosung der Champions League-Gruppe. Ich kann schon nicht mehr reden. Wahnsinn. Und vielleicht gibt es dann auch Klarheit, hoffentlich zu unseren Gunsten, in dieser Causa-Trap. Und bis dahin, ja, hätten wir von euch gerne Hinweise, was für euch der bessere Modus wäre, um das nochmal zu erwähnen, wann wir denn dann in solchen Champions League-Wochen hier am sinnvollsten aufnehmen sollen vor dem Champions League-Spiel. Also eher so Richtung Montag oder dann eher danach so Richtung Mittwoch-Donnerstag. Wie gesagt, schreibt uns da mal, was für euch eine präferierte Lösung wäre, sodass wir uns da vielleicht auch ein bisschen danach richten können. Bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, genießt die Auslosung, viel Erfolg beim Buchen der Reisen am Wochenende dann für euch und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Hey, 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 hey Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.